Hallo, mein Name ist Berin, ich habe den Comics Somnium gezeichnet und mein Lieblingsessen ist Schokomuffins und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 148 eurer Comic Cookies. Das hier ist ein Spezial, denn wir haben ein Spezialinterview gehabt, ein Interview mit dem Horst Gotter, einem der beiden Verleger von Splitter. Und wir sind in dem Fall nicht nur ich, nein, ich habe auch noch mit dabei gehabt, den Steffen Liebschner, Legerlegende und den Marschall. Wir waren wieder mal vor Ort beim Horst auf dem Dachboden, haben Wasser, Cola und Kekse zu uns genommen und dabei jede Menge Spaß gehabt und ein wirklich, haltet euch fest, fast vier Stunden langes Interview geführt. Den ersten Teil dieses Interviews bekommt ihr jetzt hier auf die Ohren und wenn ihr den zweiten Teil hören wollt, der nicht minder interessant ist, dann hört doch gern mal beim Tele-Stammtisch rein. Dort erscheint der zweite Teil sehr zeitnah, so haben wir quasi ein Crossover, ist ein großer Spaß geworden, super informativ mit ganz vielen exklusiven Infos, die ihr so in der Form wahrscheinlich noch nirgends gehört habt. Unter anderem auch die Frage, wie es mit Splitter eigentlich weitergeht. All das sind Dinge, die wir hier besprechen und ich wünsche euch viel Spaß damit. Wir freuen uns sehr auf eurer Feedback, das könnt ihr gerne hinterlassen in Signal, diesem Chat-Messenger oder auch auf Telegram, diesem Chat-Messenger. Dazu findet ihr die entsprechenden Links in den Shownotes. Lasst's krachen! Hallo und herzlich willkommen zu einer mega, super, duper, ganz besonders speziellen Ausgabe der Comic-Cookies und des Tele-Stammtischs. Das hier wird nämlich so eine Art Crossover werden, weil das nämlich unfassbar viel Material wird, das unheimlich spannend ist. Eine ganz besondere Speziellausgabe und was bedeutet das eigentlich hier? Sie ist ein, aus mehreren Gründen ist sie unheimlich speziell und unheimlich spezial, denn zunächst erstmal möchte ich Leute hier in der Runde begrüßen, die sind ganz klassische Ehren-Cookies. Also Menschen, die schon bei den Comic-Cookies dabei waren, die sie fucking gegründet haben und über weitere Jahre hinweg eben auch betreut haben. Ich freue mich riesig, dass sie da sind. Hallo Steffen, hallo Marshall, hallo Legal Legende. Hallo, hallo Hude. Guten Tag! Alle leben noch? Fast. Wie lange ist es hier? Wenn man Leben nennen kann, ja. Wann warst du das letzte Mal bei den Comic-Cookies zu hören? Äh, 1920, sowas in dem Dreh. Ja. 1920? 1920, nein. In den Jahren 2019 oder 2020. Achso. Also kurz vor Corona. Damals waren die Comic-Cookies noch schwarz-weiß. Dann ist das erstmal für mich persönlich eine wahre Freude, euch alle drei heute hier begrüßen zu dürfen, als Vertretung der offiziell aktuellen Cookies. Und wo sind wir eigentlich? Warum kommen die Jungs zusammen? Ja, aus einem ganz klassischen Grund, aus einem traditionellen Grund. Eine Tradition, die vielleicht viele von unseren aktuellen Hörenden gar nicht so genau kennen. Denn wir sind an einem Ort, der Comic nicht nur atmet, der Comic ist, wo einfach unfassbar viele Comics stehen. Ich bin gleichzeitig begeistert und erschlagen und ich freue mich trotzdem mega auf das Gespräch mit jemandem, der zumindest zur Hälfte einen Verlag mitleitet, der hier eine, man kann es nicht in Worte fassen, beeindruckende Menge Comics auch produziert und vor allem auch lagert. Die Zahl von 2,7 Millionen Büchern im Gesamtverlagslager ist gerade fallen gelassen, wo es so ungefähr der Summe entspräche, was alle anderen deutschen Verlage gebündelt hätten. Es ist extrem krass, denn wir wollen hier heute eine Tradition wieder aufleben lassen. Ein Interview, ein besonderes Interview, das die Jungs, die alten Cookies auch schon, zuletzt 2018 geführt haben mit eben einem Verleger, einem ganz besonderen Verleger, einem alten Freund der Comic-Szene. Hallo und herzlich willkommen, Horst Gotter. Ja, dankeschön für die Begrüßung und dass ihr alle da seid. Ja, und da ist er wieder. Wir haben jetzt schon ein Vorgespräch gehabt, das ging um vor Corona und nach Corona, also mir kommt das vor, als ob ihr letztes Jahr da wart, aber es ist wirklich, was weiß ich, sieben Jahre her oder sechs Jahre her, aber willkommen hier in meinem Haus und ich freue mich auf diese neue Runde. Es ist mega, 2018 ist die letzte Ausgabe erschienen, da war ich noch Gast, das hast du noch geleitet, Steffen, und das war für mich damals schon extrem beeindruckend. Ich habe das Lager, in dem ich gerade war, noch gar nicht gesehen gehabt, ich war nur hier oben gewesen und fand das schon, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also wir haben gerade überlegt, ob wir nicht vielleicht so ein Comic-Labyrinth machen können. Ihr kennt doch diese Mais-Labyrinthe, wo die über viele Häkler entdeckt richtig viele tolle Labyrinthe mit Mais machen. So was kann man ernsthaft hier auch mit Comics am Start bringen. Macht da, weil er sich eben gerade verlaufen hat. Wir haben den Bruchteil gesehen, es ist der Hammer. Lieber Horst, wir werden auf jeden Fall gleich auf die Frage nochmal kurz kommen, wie es überhaupt zu dieser Tradition kam. Auch da werde ich dich, Steffen, damit ins Boot holen. Aber vielleicht erzählst du mal kurz ein bisschen, wir haben gerade erzählt, uns vorab so privat schon mal ausgetauscht, wie es uns persönlich ergangen ist. Lass du mal kurz auf den Splitter Verlag kommen. Seit 2018 ist eine Menge passiert. Kannst du mal gerade abreißen, wie es euch seit 2018 so ungefähr ergangen ist. Da ist ja eine Menge passiert, eine Pandemie zum Beispiel. Kannst du uns da mal auf den aktuellen Stand bringen? Gut, also ich setze voraus, dass man quasi weiß, was wir sind bis 2018. Und ja, was haben wir erlebt? Wahrscheinlich, was die ganze Branche erlebt hat, aber nicht vielleicht identisch, sondern weil wir etwas anderes Standing haben, etwas anderes Programm haben. Weil der Splitter Verlag ja auch auf Qualität und auf Menge geht, auf Abwechslung im Programm, auf kontinuierliche Veröffentlichung und alles das war ja mit der Corona-Krise schon irgendwie so ein Abenteuer. Das haben wir in jedem Fall erlebt. Das heißt, das waren wilde Jahre. Das war so ein Achterbahnritt, gefühlsmäßig, geschäftlich, auch organisatorisch. Natürlich auch mit den Menschen, das Menschliche, was da dazu gehört bei der ganzen Geschichte. Corona hat ja auch letztendlich auch viele Menschen beschäftigt. Im Psychischen, aber natürlich auch im Körperlichen. Und es waren wilde Jahre. Es waren aber keine Jahre, wo wir irgendwie jetzt sagen würden, sie hätten uns geschadet. Und so viel ich auch immer weiß, der ganze Branche hat das nicht wirklich geschadet, weil das Comic-Lesen, mir war das irgendwie auch bewusst, dass das so sein wird. Das Comic-Lesen ist jetzt nicht unbedingt etwas, was unter die Räder kommt, wenn man krank zu Hause sitzt oder wenn man nicht rausgehen darf. Oder wenn, und ich habe das schon immer so gesagt, das ist meine Philosophie, wenn ich eben nicht in die Karibik fliege und Urlaub mache, wenn ich kein Porsche-Turbo fahre, dann sitze ich trotzdem noch daheim. Ich bin ja nicht arm und ich habe auch nicht Nullzeit, sondern ich habe Zeit. Ich sitze im Wohnzimmer. Und was macht man da? Ein gewisser prozentual Ansatz der Bevölkerung setzt sich hin und liest ein Buch. Und die Untergruppe Comic-Buch gehört halt auch dazu. Seid ihr beim Output gleich geblieben? Oder habt ihr den vielleicht sogar hochgefahren während Corona, weil der Bedarf auch gestiegen ist? Oder vielleicht sogar die Druckauflagen, meinetwegen, erhöht oder so? Also von außen gesehen wächst der Schlitter seit ungefähr drei, vier Jahren nicht mehr, weil wir einfach den monatlichen Output mal begrenzt haben. War auch mehr oder weniger immer so ein Wunsch vom Handel, der gesagt hat, genug ist genug. Nehmt vielleicht die Bestseller und lasst vielleicht mal die eine Idee fallen. Nein, weil sie wollen ja im Endeffekt oder sie müssen im Endeffekt ja auch das, was wir denen anbieten, irgendwo wirtschaftlich umsetzen können. Und deshalb haben wir gesagt, Wachstum an sich ist so nicht erst einmal die Maßgabe. Wir wollten auch nicht jetzt als Verlag, was die Mitarbeiteranzahl angeht und auch was der Content angeht, jetzt auch nicht mehr unbedingt groß wachsen, weil das hätte wieder organisatorisch ganz andere Dinge in den Start bringen müssen. Und das war ja gerade durch Corona das Problem. Also wenn wir ein Problem hatten, dann ja nicht, dass die Bücher nicht gelesen werden, sondern dass der Weg zum Lesen dieses Ganze, das war ja ein bisschen unter Beschuss. Also wir können das ja nachher im Einzelnen vielleicht auflesen, aber es waren die letzten vier, fünf Jahre nicht einfacher, sondern schwieriger, Bücher zu verkaufen. Tatsächlich haben wir aber ungefähr den Gesamtumsatz fast verdoppelt in den fünf, sechs Jahren. Also wir verkaufen mehr Bücher, aber eben auf viel mehr Fläche mit viel mehr Aufwand. Das ist also kein geschenkter Umsatz plus, sondern das ist etwas, was man sich halt irgendwo, man kann das mit Routine begründen auf der einen Seite, man kann das eben mit der Corona-Phase auch begründen, also sehr viel findet halt heute im Online-Bereich statt, also von Stellwesen her gesehen. Und damit sind einfach neue Felder aufgegangen, die vorher nicht so beackert wurden. Und so betrieblich gesehen, seid ihr jetzt mehr Personal oder gleich viel Personal? Wie hat sich das entwickelt? Wir sind in jedem Fall mehr Personal. Wir haben zu der Corona-Phase, wir sind zwei Personen mehr gewesen. Jetzt sind wir wieder noch zwei Personen. Also die Mannschaft hat sich um vier Personen verstärkt in den letzten fünf Jahren. Das ist aber jetzt eigentlich auch nur ein bisschen auch geschuldet der Situation, weil wir wissen, mindestens zwei Personen werden auch den Verlag bald verlassen, aus Altersgründen. Das heißt also, wir sind natürlich auch jetzt so in einer Generationstransformation. Hierzu doch ein Stück weit von dir selbst? Ein ganz klein bisschen, ja. Und da gibt es Ideen, die aber noch nicht öffentlich sind? Ich sage das eigentlich schon immer. Ich sage das eigentlich schon seit fünf Jahren. Ich bin bald draußen. Aber ich weiß halt, dass das kein Prozess ist, wo man Schnipp macht und das hat sich erledigt. A geht es ja darum, wer übernimmt diese Bandbreite? Das ist ja nicht eine Person, sondern ich gebe mehr oder weniger Teile von dem, was ich... Also das Spezielle, für die, die das jetzt nicht wissen, der Dirk und ich als Gründer und Inhaber des Verlages, haben ja einfach gewachsene Positionen. Und damit ist man ja nicht irgendwo in einer Stelle, sondern man ist ja in fünf oder zehn verschiedenen Stellen aktiv. Und das kann man jetzt nicht einer Person delegieren, sondern das muss man wiederum eben, sage ich mal, in die Fachabteilungen geben. Und da sind wir dran. Das heißt, ganz konsequent ist bei mir im Prinzip auf der einen Seite der Geschäftswesen. Wir haben also im Prinzip den Max Schlegel an Bord, den du ja gut kennst, mit dem du ja schon... Absolut. Er ist ein Megatyp. Mega. Ich kann gar nicht oft genug Mega sagen, um ihn zu beschreiben. Ganz genau. Mega Max. Mega Max. Und Max soll so ein bisschen als Overhead für vieles auch da sein und vor allen Dingen eben für das Geschäftliche. Und da ich ja der Produktion bei uns bin, haben wir die Marlena, die jetzt bei mir in die Produktion eingearbeitet wird. Also die beiden sind jetzt, sage ich mal, so ein bisschen die Steighalter für das, was ich abgebe. Und das ist einfach am Laufen. Da sind wir mittendrin in der Transformation. Irgendwann mal ist die einfach abgeschlossen. Da wünsche ich euch wahnsinnig viel Erfolg. Wir haben es zuletzt zum Beispiel auch gesehen bei Edition Moderna, die ja auch wirklich Schwierigkeiten hat mit der Übergabe ihres Verlegertums, die neben Kickstart-Kampagne oder Crowdfunding, sagt man, das Thema hatten. Da ist auch wieder jemand abgesprungen aus der Verlagsleitung. Da ist so eine neue Dame dazugekommen. Also es ist, glaube ich, eine riesen Mammutaufgabe, die Übergabe so eines Verlags. Und ich als Fan hoffe, dass das maximal rund läuft. Wo wir hier gerade mal einfach so zusammensitzen, würde ich gerne unser Publikum mal kurz abholen. Denn das hier haben wir auf Social Media angekündigt als eine große Tradition. Das hier wäre was, was schon häufig passiert ist. Und wir haben es schon 2018 erwähnt, wo dieses Gespräch an einer ähnlichen Art am selben Ort schon ähnlich stattgefunden hat. Lieber Steffen, vielleicht kannst du uns mal kurz ein bisschen abholen. Wie kam es eigentlich zur Tradition des Interviews mit dem Horst? Ja, 2018 war das letzte Mal. Dann zwei Jahre davor. 2017 und 2016. Und wie ist das Ganze zustande gekommen? Also wir kennen den Horst halt vom Frankfurter Comic-Stammtisch aus der Zeit noch. Und da hat sich das dann mehr oder weniger angeboten, dass wir dann hier auch aufgrund der Nähe das einfach hier auch stattfinden lassen und mit ihm mal ein bisschen über Splitter sprechen. Damals gab es, meine ich den Max noch nicht. Das heißt, ja, also als offizieller Presseansprecher oder Pressesprecher oder Pressekontakt war er ja noch nicht verfügbar. Und das heißt, aufgrund dieser Nähe hier zum Horst haben wir das dann halt über den kurzen Dienstweg mit dem Horst dann selber gemacht. Das passt ja auch sehr gut für die, die jetzt den Verlag kennen. Strukturell sind wir immer mehr in die Professionalität übergegangen. Wir haben Fachabteilungen, die einfach für bestimmte Bereiche zuständig sind. Früher hat ja jeder alles gemacht, ganz am Anfang. Und wir waren ja auch kleiner und wir hatten einfach durch das kleinere Programm auch mehr Zeit für sowas, für die Kommunikation. Und letztendlich war ja jeder, gerade damals, wir waren zu dritt als Inhaber mit der Delia noch, Delia Wilner-Schulz am Anfang noch mit an Bord, waren wir ja auch immer als Inhaber und als Creator, da wir ja selbst auch Comics machen und alles, ja immer auch Ansprechpartner. Das heißt, wir haben ja praktisch die Werbung selbst und die Kommunikation selbst stattfinden lassen. Mittlerweile sagen wir im Prinzip, eine Geschäftsführung ist so aufwendig und speziell jetzt der Dirk, der jetzt im Bereich der Lizenz, des Einkaufs, also quasi was holen wir an Bord. Ich bin ja im Bereich dessen, was wir dann umsetzen quasi als Produktion. Wir sind ja da so jeden Tag mit beschäftigt, dass wir im Bereich von so etwas wie jetzt hier so eine Runde eigentlich ganz selten nur noch auftreten. Nicht, weil wir es nicht wollen, sondern damals waren wir einfach in Personalunion für alles da und heute haben wir mehr oder weniger eben speziell auch dafür, dass für die Online-Medien den Max an Bord. Das heißt also, solange es keinen Grund gibt, am Max vorbei zu gehen, macht das auch in Zukunft immer der Max das erste Mal. Und wir haben sich die Jungs hier geschlagen, die du offensichtlich auch schon ein bisschen länger privat kennst. Waren die immer gut zu dir? Haben die immer die richtigen Fragen gestellt oder war es nervig, die alle in dein Dachgeschoss zu holen? Naja, ich würde schon mal sagen, wir sind ja mal ganz einfach unabhängig von Splitter-Freunde. Und diese Freundschaft ist ja schon 20 Jahre alt gewesen, als wir Splitter gegründet haben. Also die Tradition, die da dahinter steckt, ist noch viel älter. Und da kann man ja auch ein paar Werte dazu sagen, weil im Endeffekt fing das an, der Michael ist es eigentlich, der letztendlich mich damals irgendwie kontaktiert hat und gesagt hat, du wolltest du nicht kommen? Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Ich meine, ich bin hingekommen und du hast schon da gesessen in der Romanfabrik damals, unser damaliger Fixer-Austragungsort von Frankfurter Comic-Stammtisch. Du hast schon da gesessen, irgendjemand muss dich da hingelotst haben. Ich meine, du hast eine Rezension gelesen von ihm und hast gesagt, weil ich habe ja die alten Episoden nochmal gehört zur Vorbereitung, da habt ihr das schon erzählt. Und da war es dann so, dass du gesagt hast, den Marshall willst du kennenlernen. Mein erster Fan, mein erster Comic, mein erster Fan, da musst du ihn. Früher sind die Fans so einbegangen, aber als Anfänger kennt man noch zu seinen Fans. Ihr wolltet euch gegenseitig kennenlernen. Ich hatte jemand im Laden, es war der Dings, der das Magazin gemacht hatte. Also das Magazin war es damals, den Tattoo, wie hieß er, der Macher? Der Markus, Markus Frey? Genau, Markus Frey. Ja, stimmt, der war am Anfang ja auch. Der war im Laden, mit dem habe ich darüber geredet. Der hat gesagt, komm mal vorbei. Ja, und der hat nämlich auch zu mir dann gesagt, wir hatten mich oben auf der Bühne, wir hatten, glaube ich, irgendeinen Vortrag oder was gehabt oder eine Diskussion und dann sagt er zu mir, der Horst Gotter ist auch da und ich, wow. Und dann bin ich direkt von der Bühne runtergesprungen und dann hat er zu mir gesagt, du musst der Marshall sein. Und so war das. Der Stammtisch ist ja gerade mal ein oder zwei Monate vorher gegründet worden. Das war noch nicht lang her. Und das war ja Thema dann im Comicladen. Ich war von dem Janet-Comics so begeistert, also von der Aufmachung vom Comic selbst. Es war ein Zeichenstil, der für mich als Zack-Mensch, als Zack-Fan war das für mich genau der Richtige. Wenn es in dem Zeitpunkt Zack noch gegeben hätte, was es ja jetzt mittlerweile wieder gibt, dann wäre das auch da drin gewesen, normal. Willst du die neuen Hörer nur noch mal ganz kurz abholen, was Janet ist? Was kannst du, du hast ja klären. Meine erste lange Veröffentlichung ist ein Science-Fiction-Comic mit einer Mädchen als Hauptfigur, die letztendlich als verlorenes Mädchen in einer Science-Fiction-Welt wieder ihr Zuhause die Erde sucht. Das ist die Grundidee. Also statt, man geht raus und erobert das Weltall, war es eigentlich eine Figur, die Umkehrung einer Figur, die die Heimat, das wo sie herkommt. Und sie erfährt im ersten Band ja nur, dass der Planet, wo sie herkommt, Erde heißt. Und dann ging es eigentlich darum, dass da die Abenteuer erzählt werden sollten, wie man dann wieder nach Hause kommt. Okay, also ihr seid im echten Leben befreundet, auch wenn man sich natürlich nicht unbedingt immer regelmäßig sieht, ganz klar. Und ihr kommt von diesem Frankfurter Comic-Stammtisch, den kenne ich natürlich tatsächlich auch. Aber mal so die direkte Frage in die Runde, wann war die eigentlich das letzte Mal beim Frankfurter Comic-Stammtisch? Je nachdem, wen man fragt. Ich war letzten Monat da. Ich bin jemand, der da treu, Monat für Monat, Jahr für Jahr, egal ob gut oder schlecht, immer gerne hingeht. Und lohnt sich? Ja, auf jeden Fall. Letzten Monat waren da wieder ein paar mehr Leute da. Das heißt, man muss das ja immer vorher reservieren. Und dann muss man hoffen, dass noch Platz für mehr Leute ist. Die Runde wächst wieder, habe ich gesehen. Die Runde wächst wieder, genau. Wird wieder lebendiger. Jeder ist herzlich willkommen, darf gerne zum Stammtisch kommen. Wenn man sich für Comics interessiert oder mal gucken möchte, was das ist. Früher war es ein Stammtisch darüber. Die Kreativen, das heißt, die Schaffenden sind da auch gern hingegangen. Früher zu der Zeit, wo die zwei sich kennengelernt haben, der Horst und der Marshall. Da waren wir auch kreativ. Da gab es dann sogar ein Programm während des Stammtischs. Und wenn er das Stichwort auf der Bühne sagt, das heißt, da wurde auf der Bühne vor vielen Jahrzehnten zum Thema Comic was vorgetragen. Heute sind wir alle von der Arbeit geschaffen, gehen abends einfach was essen in einem schönen Restaurant, treffen uns da alle und tauschen uns über Popkultur, zum Beispiel Comics und Mangas aus. Jeder darf so sein eigenes einbringen, wenn er zeichnet, sein eigenes mitbringen, Leute mitbringen. Und dann hat man einfach einmal im Monat jeden ersten Dienstag im Monat einen schönen Abend. Macht Spaß. Wie kommt man da ran? Das kann man googlen, ganz klar. Aber da gibt es irgendwie eine Website oder eine Newsletter oder was gibt es da? Genau. Also gibt es alles. Und ich selbst mag am liebsten dann die Gruppe bei Telegram. Wenn man da reinkommt, verpasst man nichts. Da wird dann auch dort, aber auch an anderen Kanälen wird gepostet, die Einladung zum Stammtisch, damit man weiß, wo es ist. Wir wechseln da zwischen drei, vier Restaurants ab, die in der Frankfurter Innenstadt meistens sind. Und leicht zu erreichen, auch zu Fuß zu erreichen, nach der Arbeit zu erreichen und dann setzt man sich dazu. Manche kennen sich schon. Wenn neue Leute kommen, lernt man sich kennen und man plauscht über Comics. Wenn ich daran denke, dann werde ich auf jeden Fall den passenden Link zu eben jener Telegram-Gruppe mit in die Show Notes packen, damit wir die Leute, die hier sind, vielleicht auch mal treffen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Horst Marschall und Steffen Länger nicht da gewesen sind, oder? Warum eigentlich nicht mehr, Horst? Du warst am letzten. Also ich war die sichere Bank am Anfang. Ich war 20 Jahre lang, glaube ich, bis vielleicht ein oder zwei Mal, wo ich im Krankenhaus war. Ansonsten bin ich immer da gewesen. 20 Jahre lang, ganz verlässlich. Genau das, 86, ging es los, habe ich im Kopf. 2006 dann später und dann war das damit vorbei. Ich hatte es auch angekündigt. Ich weiß, dass Michael richtig enttäuscht war, weil ich ihm das gesagt habe. Aber ich habe gesagt, es geht jetzt in eine andere Richtung. Ich mache einen Verlag. Da war er begeistert. Als ich gesagt habe, in Splitterheisen, da war er tief enttäuscht. Und da standen wir draußen, das weiß ich heute noch, vorm Lokal. Ich weiß ja, dass du das machen willst, aber das ist gut so. Aber das ist das Internet, da stand er so ein bisschen neben sich. Weil der Name vorbelastet war. Der Name war arg vorbelastet in der Verlagslandschaft, ja. Das kann man sich ja jetzt nochmal in der ersten Episode anhören, wie wir da haben. Ja, da haben wir es drin, ja. Da haben wir das ein bisschen näher erklärt, was da alles eine Rolle gespielt hat. Genau. Inzwischen hat aber Splitter sich einen positiven Namen gemacht. Durch den neuen Splitter Verlag gibt nur Positives. Das ging auch relativ schnell. Also tatsächlich ist ja der Wunsch der Szene gewesen, dass man was anpackt und dass man gewisse Probleme löst. Und da wir das, sage ich mal, schon im ersten oder im zweiten Jahr bewiesen hatten. Weil, sagen wir mal, mit der Thematik, am ganz am Anfang, könnt ihr das, brauchen wir euch. Also, man braucht diesen Verlag. Und bei uns kam ja dazu, 2006 ist halt einfach auch das ideale Gründungsjahr gewesen. Weil da einfach in der Situation letztendlich dieser klassische, und wir reden bei uns ja eigentlich so immer noch 80, 90 Prozent vom Albenmarkt. Und der war ja in seiner größten Krise, weil er nicht tot war, aber weil er depressiv, weil er im Ausklingen war. Weil ja praktisch alles, was man kannte, immer weniger wurde. Und da, glaube ich, da hat man, dann fasst man irgendwo gleich zu, wenn man weiß, es geht irgendwo mal aufwärts. Und das haben wir ja von Anfang an gesagt. Wir haben gesagt, wir machen keine Spielerei, wir sind professionell, das monatliche Programm. Wir sind gestartet mit diesen Titeln, wir haben alles dafür gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das in einer alten Folge erzählt habe, aber jetzt hatte ich das mal vor kurzem auf der Messe erzählt. Und die Leute haben es kaum geglaubt. Wir waren so verrückt, dass wir, wie wir zum Beispiel, also das war jetzt nicht ganz am Anfang, aber später, wie wir dann die Schlümpfe an Bord hatten als Serie. Und das allererste Schlümpfalbum, das ist unsere teuerste Lizenz zu dem Zeitpunkt gewesen. Den größten Aufwand, die höchste Kontrolle. Und dann waren da mehrere Sprechblasen leer. Und da sind wir mit der Firma ins Lager gefahren und haben Handgelettert. Wow. Da haben den ganzen Tag alle Leute eingestellt in der Firma mit dem Rabitografen und mit dem Filzwerk gestanden und haben die Sprechblasen mit der Hand ausgeschrieben. Du hast doch gemeint, dass bei aktuellen Produkten, also Büchern von euch, dann von deiner Seite aus allein vier, fünf Endabnahmeprozesse stattfinden. Das war damals scheinbar anders. Weil wahrscheinlich genau das da, wo du am allermeisten Augenmerk drauflegst, nachher genau der Fehler passiert. Also wir konnten es kaum erklären, aber die Bücher lagen produziert da. Auch alle schön eingeschweißt, verliert. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt in der Sekunde war, aber ich habe die Freigabe nicht gegeben, weil der Fehler da war. Das Problem war einfach nur, dass es eine Lizenz, wo halt praktisch die Terminierung, das, was du tust, kein Zufall ist. Du machst fest einen Produktions- und Präsentationsplan. Wir haben rund um die Schlümpfe auch einen riesen Aufwerbeaufwand alles gefahren und nachher wäre das Produkt nicht da. Also haben wir da diese Entscheidung getroffen zu sagen, es gibt mal in der ersten, also Band 1 der Schlümpfe in der ersten Auflage hat drei oder vier Sprechblasen drin. Und das Besondere war ja jetzt nicht diese drei, vier Sprechblasen, sondern in der Auflage. Das haben wir ja ein paar tausend Mal gemacht. Original Handlettering-Ausgaben sind das. Hat es sich halt gelohnt, einen Stempel herzustellen? Das hatten wir überlegt. Nur da war keine Zeit für. Das Reaktion war, dass wir sagen, wir müssen das Problem innerhalb von ein, zwei Tagen wegen dem Thema der Auslieferung um halt diese, die Vorbestellungen war riesig. All das, was da so angelaufen war, stand auf einmal auf der Kipfel. Und jetzt nach weit über 10, 15 Jahren kann man das halt mehr oder weniger auch mal zu besten kriegen. Die Schlümpfe habt ihr ja bis heute noch da. Also ich weiß, die Schlümpfe habt ihr bis heute ja noch im Programm. Das ist ja euer Ding. Ich weiß auch, ich habe dieses Interview geführt mit jemandem, der die Schlümpfe auf hessisch gemacht hat. Und dabei bei Tun für Steine sprechen auch. Das ist eigentlich so ein Ding, das machen wie voll viele Verlage, die auch mit Lokalkolorit rausbringen. Ist das so ein Ding in Deutschland? Und wenn ja, warum eigentlich? Also in dem Fall ist es der Sascha. Und der Sascha kommt ja auch aus der Region und hat im Prinzip mit einem Zeichner zusammengearbeitet, der wiederum mit mir damals die Figurenboxen gemacht hat. Weil der wiederum in einer Pappfabrik, wo diese Pappschachteln und sowas produziert werden, gearbeitet hat. Also man kannte sich dann da. Und deshalb ist dann, die selbst haben also schon in der ganzen Zeit in der Mundart gearbeitet und wollten halt im Prinzip auch logischerweise, wir haben diese Idee einfach irgendwann mal kreuz und quer erkoren. Also der Sascha ist mit dieser Idee auch rumgegangen. Aber selbst wir haben dieselbe Idee immer gehabt, ob wir nicht irgendwelche Zweitvermarktungsideen, also man muss dazu sagen, so etwas wie die Schlümpfe läuft nicht jetzt wie irgendeine normale Serie, sondern man kauft ein Paket und in diesem Paket hat man eine gewisse Abnahmepflicht und eine gewisse Präsentationspflicht, weil man ja auch eine Grundlizenz hat, die ganz anders gestaltet ist. Da gibt es also einen Jahrestarif, der abgerufen wird. Und wenn wir da nichts produzieren würden, würden wir ja nur drauflegen. Das heißt also, wir müssen uns auch Produkte ausdenken. Das sind die klassischen Alben. Aber mittlerweile haben wir von den Schlümpfen hier vier, fünf verschiedene Formate. Wir haben kleine Einstiegsbücher, wir haben Sammelalben, Gesamtausgaben. Praktisch überall wird mal ein bisschen was gemacht. Wir waren damit ja auch im Kiosk, haben ein Magazin, ein Sommermagazin gemacht. Das sind so diese Sachen. Und dann ist im Prinzip die Sprachvariante. Also die fünf Stück haben wir jetzt, glaube ich. Die sind also, wie gesagt, mit dem Erstkontakt mit Sascha eigentlich damit auf den Weg gegangen. Also der Sascha war dann dran schuld, dass wir es dann doch gemacht haben. Aber warum funktioniert das so? Also mir fällt das auf, keine Ahnung, Deadpool auf Schwäbisch gibt es. Es gibt den Asterix auf jeden Fall auch von Hella und von Hannes Bender übersetzt in irgendwelchen Varianten. Eine Berliner Version wird es von denen auch geben. Ich glaube, vom Lucky Look gibt es noch nichts. Aber das sind so Sachen, so Riesenmarken, die scheinbar mit diesem Lokalkolorit auch super laufen. Warum eigentlich? Warum stehen die Deutschen so auf dieses Lokalkolorit? Ich verstehe es nicht. Warum ist das so? Ja, es ist ein Geschenk. Das ist ein Partygag. Das ist ein Geschenk oder ein Gag. Timo Struppi gab es ja auch einen übersetzten vom Jürgen Lebe auf hessisch. Für viele sind halt auch die eigene Sprache. Also das ist näher an mir. Für mich als Kunde. Hast du denn gekauft, den hessischen Schlumpfband? Nee, aber die Asterix. Und den Metabaron, der jetzt als nächstes auf hessisch kommt. Also Metabarone würde ich auf hessisch kaufen. Es sind ja vor allem Franchises wahrscheinlich, die bekannt sind, wo die Leute auch mit groß geworden sind irgendwie. Also Asterix, die Schlümpfe, da brauchen wir nicht drüber reden. Und wenn sowas dann, wie der Marshall gerade gesagt hat, als Geschenk irgendjemanden überreißt, dann auch noch auf hessisch vielleicht. Also ich glaube schon, dass das ganz gut ankommt, ja. Bei Metabarone vielleicht nicht, aber bei Asterix ist es das Dorf. Da ist das Dörfliche, da ist die Nähe schon da. Bei den Schlümpfen ist es auch das Dorf. Und der Deadpool, der spricht mit dir, diese Metaebene, der ist auch per Du mit dir als Leser. Deswegen kann man da ruhig in die Mundart wechseln. Verstehe. Du musst uns aber genau dazusagen, weil die Metabarone, das hat so ein bisschen was mit April nämlich anzutun, gell? Ja. Dass die Leute irgendwie da draußen was ernst machen, gell? Also das war nur ein Spaß mit den Metabaronen. Entschuldigung. War das in April jetzt, ja, tatsächlich? Ja. Jetzt haben wir ja Glück, wir sitzen hier in der Runde von Menschen, die sehr viele Comics lesen, die nicht nur Interviews geführt haben, die auch immer mal interviewt werden. Und wie gesagt, eben auch einen Verlag leiten, die auch Überblickswissen einfach haben. Deswegen finde ich persönlich immer diese Metaebene ganz spannend für ein Gespräch, wie dieses. Wir werden natürlich noch keine Sorge, das gehört bei einem richtigen Splitterinterview dazu, uns auch noch um den Katalog kümmern. Und das aktuelle Portfolio, da habe ich hier die richtigen Leute in der Runde sitzen. Aber so ein bisschen würde ich mühden mich auch eben auch allgemeinere Themen interessieren. Das heißt, ich habe hier jetzt eine spannende Liste an so 10 bis 15 Themen dabei. Die können wir gerne aufweichen und spontan gucken, in welche Richtung das Gespräch sich entwickelt. Jeder darf natürlich selbstverständlich was mit einbringen, auch wenn ich versuche, hier so ein bisschen Hut aufzuhaben, darf ja jeder irgendwie alles sagen und so. Fast alles. Fangen wir mal oben an mit einem Ding, das mir relativ wichtig ist gerade, weil ich es für eine recht aktuelle, interessante Entwicklung im deutschen Markt halte. Und du hattest da ja auch schon deinen Mitverleger, den Dirk, mit angesprochen, der sich nämlich sehr integriert und involviert in die IG Comic. Das ist eine Interessengemeinschaft oder Interessengruppe beim Deutschen Birstenverein. Es geht, soweit ich das überblicken kann, dort um strukturelle Veränderungen im deutschen Comic Markt. Bevor ich da zu viel vorwegnehme und verrate, dass ich da tatsächlich inzwischen auch einen Fuß mit drin habe, kannst du uns vielleicht kurz abholen, hast du da auch so einen Überblick, bist du da irgendwie involviert? Weißt du, was der Dirk da bei der IG Comic eigentlich so anstellt? Nein. Nein. Nein, weil das ja auch alles am Start ist, oder? Das ist ja alles noch so in der Findungsphase. Genau. Die haben jetzt schon Sachen veröffentlicht durchaus und so Ideen, Konzeptpapiere und sowas. Ja, ja. Also letztes Mal auf der Messe wurde im Prinzip einfach das neueste Papier mal rumgereicht und jeder soll seine Meinung dazu sagen, was aber dann am Schluss da rauskommt. Es geht ja darum, eine Art Dachverband zu haben, der Bestand hat, der überall wirksam ist, der letztendlich auch wirklich mal in der Bandbreite im Buchhandel überall gesehen wird. Das ist eigentlich die Grundidee, dass man jetzt nicht irgendwie was Kleines kreiert und dann irgendwie sagt, jetzt habe ich was. Also wir hatten ja so verschiedene Trends gehabt die letzten zehn Jahre. Das Beispiel der Graphic Novel. Da finden sich Palakshäuser zusammen. Da ist ja auch das Feuilleton dran beteiligt. Da wird im Prinzip was gemacht. Aber es ist wieder nur ein Bereich. Und in anderen Bereichen, sagen wir mal, nennen wir mal ganz klassisch den Manga, da funktioniert ja sehr vieles, was Öffentlichkeitsarbeitern, weil ja da viel mehr Umsatz ist, viel mehr öffentlich, weil ja auch diese Medienunterstützung viel größer ist. Die Online-Umstützungsgröße, die Animes, die laufen. Und da gibt es auch etwas, wo es funktioniert. Aber das ist ja alles immer so, immer punktuell. Jetzt geht es halt darum zu sagen, ist das mal etwas, was alles abdeckt. So sehe ich das als am sinnvollsten, dass man sagt, man hat im Prinzip eine Interessensgemeinschaft, wo man mit jeder Art von Comic quasi dabei ist. Wo man also die Idee, die Öffentlichkeitsarbeit, den Handel und all das, die Kultur, alles mit vertritt. Und bringst du dich da auch in irgendeiner Form mit ein oder beobachtest du das lieber erst einmal? Ich bin in der Beobachtersituation. Das ist einfach, weil wir auch, das ist die Frage, wer macht das im Alltag? Und da ist einfach so im Prinzip, für uns ist es ja so, dass wir wundern uns, wir haben ja nachher bestimmt noch das Thema der Rente oder sowas. Jetzt hast du so ein paar Altgestirne und da wäre jetzt der nächste Name, der fällt, ist der Joe Cups, so als Beispiel, der ja total federführend für sowas ist. Und wenn der eine neue Idee hat, dann rennt er wie eine Lokomotive vorneweg. Das tut er ja. Und der kann sich die Zeit nehmen, der hat sie, ich weiß es nicht wie weit, vielleicht hat er seinen Verlag auch besser im Griff wie ich, dass er sich dafür mal ausklinken kann. Also wenn du da in der Richtung jemanden haben willst, der wirklich sagen kann, wo er die Möglichkeiten sieht, wo er auch schon sieht, wie er weiterkommt, dann ist es ja der Joe Cups. Aber ich höre mir das mehr oder weniger im Moment nur an. Aber wir sind dabei, also wir unterstützen das im Prinzip so, dass wir ja dafür, das ist ja angedacht, dass auch mehr oder weniger jemand für die IG dann auch arbeitet, der von den Verlagen zum Beispiel auch finanziert wird und sowas. Tatsächlich sehe ich da nämlich tatsächlich eine Entwicklung. Ich heiße noch, ich habe im Interview der Max mit seinem Podcast, den ich an der Stelle auf jeden Fall auch sehr empfehlen kann, den Splittercast, hört er unbedingt mal rein. Er hat viele tolle Gäste mit vielen tollen Themen. Jede Ausgabe ist es reinhören auf jeden Fall wert. Und er gibt am Ende immer die Gelegenheit, eine Gegenfrage zu stellen. Und da habe ich mir mal erlaubt, ihn zu fragen, wie das eigentlich aussieht, was Splitter Verlag konkret eigentlich tut, um so ein bisschen auch Nachwuchsgewinnungen zu betreiben, wie es eigentlich langfristig und perspektivisch aussieht, ob die vielleicht zum Beispiel an Schulen Dinge machen oder so. Da hat er verschiedene Sachen erwähnt. Unter anderem wollen zum Beispiel auch Illustrationen wohl vom Verlag lizenziert werden für Schulbücher beispielsweise. Und da war aber jetzt noch nichts Konkreteres in der, sage ich mal, Nachwuchsförderung oder irgendwie ein bisschen was Nachhaltigeres. Wenn ich jetzt aber diese Bestrebungen der IG Comics sehe, die tatsächlich diese Förderungsaspekte allesamt ja irgendwo auch mit zum Inhalt haben, dann ist es auf jeden Fall, wie ich begrüße, eine sehr positive Entwicklung, die scheinbar da auch bei Splitter wahrgenommen wird. Weil es eben durchaus diese langfristige Perspektive auch beim Verlag im Inneren auch gibt. Dass man sich eben auch fragt, okay, wie kann es weitergehen mit dem Comic? Ich meine, die Comicblase als Außenstehender wächst nicht unbedingt, wenn wir den Manga mal ausklammern wollen. Das finde ich toll und bemerkenswert, dass da jetzt durchaus auch diese Gedanken bei Splitter eine Rolle spielen. Ist diese Beobachtung richtig? Würdest du das so unterstreichen, dass das jetzt vermehrt auch eine Perspektive ist bei euch? Also Splitter, ich habe das ja vorher gesagt bei der Gründung, wir sind angetreten, um ein Vollverlag zu sein. Also praktisch mit allen Aspekten. Also wir wollten das nicht als Hobby machen, wir wollten das auch nicht in der Nische machen, sondern wir wollen im Prinzip dem Comic, natürlich dem hauptsächlich franco-belgisch-amerikanisch orientierten, aber dem Comic an sich eine Bandbreite geben. Und das heißt mehr oder weniger überall professionell aufzutreten. Das heißt, dass wir Medienarbeit machen. Das Splitter steht ja schon immer da mit einem verlässlichen Katalog. Wir stehen da mit Kontakt zum Handel. Wir stehen da mit den Aktionen, die wir für den Handel machen. Wir stehen da mit den Messeauftritten. Wir stehen da in der Kommunikation online. Ob das der Webshop selbst ist, der jetzt nicht die Funktion hat, da viele Umsätze zu generieren, sondern einfach den Verlag darzustellen. Wir sind bei allen Initiativen, die es gegeben hat, waren wir eigentlich immer dabei. Das heißt also, wir sind immer dabei gewesen, wenn es irgendwelche Comic-Veranstaltungen, Jubilare, Preise gab. Wir sind immer, wir sind immer, entweder Geldgeber beteiligen uns, das ist der Gratis-Comic-Tag, wo wir immer dabei waren. Wenn das in den letzten zehn Jahren, einfach jetzt bezogen auf Splitter, an manchen Stellen vielleicht weniger wurde, visuell weniger, weil wir die Zeit vielleicht nicht haben. Also was du siehst, ich habe ein Jahr lang, Gratis-Comic-Tag habe ich mal ein Jahr lang produziert und habe schon beim zweiten Jahr gesagt, entweder brauche ich Hilfe oder es muss jemand übernehmen, weil das kommt dann nochmal top obendrauf. Das heißt, für all diese Sachen, und das war ja im Prinzip bei Schreiber dann am Schluss, der Philipp hat das wunderbar gemacht, so lange. Und auch hier nochmal Dankeschön an Philipp, also weil der hat das Ding einfach zehn Jahre lang oder sowas um den Dreh komplett am Leben gehalten und das Engagement wäre bei uns einfach im Haus nicht machbar gewesen. Kann man nur ganz groß anerkennen. Und bei sowas sind wir immer dabei. Das heißt also, da gibt es für uns nicht eine, wir wollen aber was anderes machen. Es gab ja auch mal diese Comic.de-Geschichte mit mehreren, die jetzt also sich auch wieder auf Splitter überwiegend reduziert, aber Comic.de ist ja auch von uns mitinitiert, mit verschiedenen Verlagen, dass es eben diese auch gemeinsame Plattform ist, weil in Comic.de ja auch alles besprochen wird. Also von außen gesehen fällt da ja keinem auf, dass da Splitter dahinter steht. Und die Partner sind eigentlich alle auch, vielleicht aus denselben Gründen, schon wieder abgesprungen. Also das heißt, das ist jetzt letztendlich wieder nur von PPM und von uns das Baby. Aber genau das ist ja das Problem dabei. Da hat man an mancher Stelle wieder mehr Arbeit. Und muss sich das immer überlegen, weil das ist auch so ein bisschen, wo ich halt sage, wenn zum Beispiel sowas mit der IG größer ist, Comic.de sollte das sein, für alle Verlage interessant sein, aber es haben längst nicht alle mitgemacht. Das heißt, wir mussten aktiv alle Verlage einladen, alle besprechen. Man hat also da im Prinzip, was soll ich, Rezensionen über 100 Bücher und da sind vielleicht zwei Splitterbücher dabei. Wer macht das schon? Welcher Verlag arbeitet schon so aktiv für andere? Aber es muss also die Grenzen haben. Und das heißt, so die IG-Geschichte, die wieder übergreifender ist, sind wir natürlich auch dabei. Aber federführend würden wir wahrscheinlich nicht sein können. Da waren so viele tolle Sachen dabei, über die wir jetzt hätten sprechen können. Also insbesondere Comic.de finde ich, ist eine Plattform mit auch viel Potenzial. Und ich bin mir sicher, dass sie gerade innerhalb der IG-Comic auch besprochen werden, diese Potenziale. Aber ein wichtiges Thema, das du angesprochen hast, das ich auch für die Runde super anbiete, nämlich diesen Gratis-Comic-Tag. Dieser Gratis-Comic-Tag, der inzwischen noch ein bisschen anders aussieht. Die letzte Ausgabe war eher eine Ausgabe, die sich um Kindercomics gedreht hat. Die Reaktionen in der Szene waren durchwachsen. Ich kann nicht einschätzen, wie die Erfolge für die Verlager gewesen sind. Vielleicht auch mal die Frage so in die Runde. Habt ihr den Gratis-Comic-Tag mitgenommen, Jungs? Ihr seid auch Comic-Leser. Wenn ja, wie hat es auf euch gewirkt, Marshall? Ja, gut. Ich war halt bei uns, da ich leider nicht nach Frankfurt fahren konnte, in die Comic-Läden, war ich nur bei uns in Wiesbaden in dem Hugendubel, der mitgemacht hatte. Und kam auch leider erst gegen Mittag hin. Da waren zwei Titel tatsächlich schon weg. Das war damals Spider-Man und Idefix waren schon weg. Und drei, Taschenbuch auch noch. Also die praktisch bekannten Sachen, die waren weg. Und dann hab ich mir halt noch drei, vier Titel genommen, die mich jetzt angesprochen haben. Oder halt welche, die ich schon kannte, wo ich gedacht habe, das hatte ich aber auch gern aufgrund Liebe zum Zeichnen oder zur Serie. Also zum Beispiel den kleinen Perry von Michael Vogt, hab ich mir mitgenommen, obwohl ich den eigentlich schon als Album hatte. Was dann so kleinkaufig, oder der Ding vom Kim Schmidt, der Gorm, sowas hab ich einfach dann mitgenommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hab zwei Hefte mir noch mitgenommen, die mir also nichts gesagt haben, wo ich gesagt habe, die Optik ist was. Hab da reingelesen, hab gesagt, nee, brauch ich auch als Album nicht. Was war das? Mach ich gar nicht mehr. Aber hat dich das gestört, dieser Schwerpunkt auf Kindercomics? Ich meine, das brauchen wir noch neu. Eigentlich nicht, weil ich lese ja auch gern Kindercomics, also ich lese auch sehr gerne Funnies sowieso, womit ich wahrscheinlich auch relativ alleine dastehe in weiten Comicleserkreisen. Aber das hat mich nicht gestört. Es ist auch, wie gesagt, es greifbar genauso bei Comics für Kinder oder für Jüngere halt zu, wie halt auch für Erwachsenecomics. Also das kommt für mich auch oft auf die Zeichne, auf die Texte an. Gerade ist Comic-Tag, Steffen? Nee, ich war jetzt die letzten Male ja schon nicht, weil bei mir das Thema Comics so allgemein ein bisschen mehr eingeschlafen ist. Aber, ja, nee, also ich war jetzt nicht dabei, aber ich finde jetzt die Aktion, gar nicht so schlecht, sich da erst mal auf Kinder zu konzentrieren, weil das sind vielleicht diejenigen, die dann in Zukunft Comics kaufen. Ja, wünschen Sie, wäre es gewesen. Wie hat auf dich der Kindercomic-Tag gewirkt in diesem Jahr? Ja, also es war einfach der Gratis-Comic-Tag, hatte einfach als Schwerpunkt Kindercomics, was ja eigentlich heißt, Comics für die ganze Familie. Das hat mit dürfen auch Erwachsene lesen es erlaubt, aber das Wort mit reinzunehmen, Kids, hat sehr viele verunsichert. Auf der Händlerseite, auf der Kundenseite, die wussten nicht, ist das jetzt der Gratis-Comic-Tag oder ist er das nicht? Weil es gibt ja noch ein extra Manga-Day, es gibt ein Gratis-Comic-Tag, manche wussten nicht mal, ob parallel dazu noch ein Gratis-Comic-Tag gibt. Batman-Day kommt jetzt auch wieder, ja. Und weil es inzwischen nicht nur ein Gratis-Comic-Tag gibt, sondern es gibt Batman-Day, es gibt Panini-Day, es gibt These-Day, es gibt Doomsday, Doomsday, Blackest Night, gibt es alles. Nach so einem Spruch habe ich gesucht, da ist nichts eingefallen. Und das hat Leute verunsichert, dass auf einmal das Wort Kids mit auftaucht. Also da wurde scheinbar von der Promotion-Seite her nicht kommuniziert, es ist der Gratis-Comic-Tag mit dem Schwerpunkt Kids. Es gab aber vorher in den Gratis-Comic-Tagen auch schon Produkte für Kids. Da stand das auch schon mit dabei. Ich finde, man hätte das ruhig. Aber dieses Kids ist ja ganz konsequent dabei, um genau das mal herbeizuführen, eine Verjüngung, weil das ist das, was der Handel ja wollte. Der Handel steht ja vor derselben Situation wie Verlage, wie die gesamte Kultur, dass man manchmal eine Struktur hat, dann werden im Prinzip die Konsumenten, die Leser älter und irgendwann muss man einen Generationswechsel mehr oder weniger auch aktiv begleiten. Das sollte ja einfach mal als Symbol rausgesendet werden, dass wir Comics für Kinder machen, dass wir das auch genauso vom Handel her gesehen, genauso unterstützt wird, dass der das möchte. Es geht wirklich darum, schaffen wir überhaupt eine Lesegeneration für die nächsten 20. Das ist wieder so ein Metathema der nächsten 20 Jahre, weil wir ja, was wir erlebt haben, das fängt ja mit Corona an und hört jetzt mit dem, was wir haben, als Ergebnis aus Corona nicht auf. Das heißt, wir haben Läden, die zugemacht haben, Läden, die nicht mehr aufgemacht haben, Messen, Veranstaltungen. Das Printprodukt an sich ist über Corona stark, also jetzt weg vom Comic, aber Printprodukte sind ganz klar in der Kultur weiter abgestiegen. Der Buchmarkt, das ist die Sensation eigentlich weltweit, der deutsche Buchmarkt hält sich. Und genau das wollen wir aber beibehalten, weil der hält sich aktuell, aber er wird älter. Das kann man beobachten. Das kann man an den Titel beobachten. Und deshalb soll dieser Akzent gesetzt werden, zu sagen, Leute, wir wollen, dass es in 10, in 20 Jahren genauso noch den Laden gibt, noch genau dieselbe Kultur gibt und dass die neue Generation, als Lesergeneration, jetzt irgendwo diese absterbende Generation, als Gegenpunkt gesetzt wird. Ohne Kids hätte es halt keinen Sinn gemacht. Also das heißt, das Kids finde ich eine wichtige, gute Idee, aber im Vergleich zu den Jahren vor Corona kam mir vor, als wäre die Wahrnehmung bei all den Leuten, also die Promotion, die Presse dafür so viel kleiner ausgefallen, dass das gar nicht so angekommen ist. Also es heißt Kids Gratis-Comic-Tag, dass der Gratis-Comic-Tag nicht mehr so groß wie ein Erwachsener ist, sondern der Gratis-Comic-Tag nach Corona nur so klein wie ein kleiner Mensch zurückkehrt. Was bedeutet das? Wurde nicht so kommuniziert, dass es alle erreicht hat. Es waren auch weniger Titel, meine ich, gell? Es waren weniger Titel. Aber das war ja auch, das war die Idee, das Konzept, wieder kleiner einzusteigen, weil wir ja nicht, wir wissen ja nicht, wer teilnimmt auf der anderen Seite. Also jetzt im Vorfeld, in der Planung, ein, zwei Jahre vorher ist, die Idee ist ja schon ungefähr zwei Jahre vorher gekreiert worden, zu sagen, wie steigen wir wieder ein? Weil der Ausstieg war leichter als der Einstieg, weil man ja, wie soll ich sagen, was nützt es, wenn man praktisch sagt, wir sind wieder da wie vorher oder noch größer und nachher macht gar keiner mit. Dann wäre das ja sowas wie eine Bruchlandung geworden. Also hat man gesagt, schon von der Idee her, konzentrierter und bevor wir uns jetzt, das wäre ja die andere Konsequenz, wir konzentrieren auf das alte Material, das wollten wir ja gerade nicht. Deshalb auch sehr schnell wieder auf das Junge zu kommen, dass man sagt, okay, kleiner, also muss es ja eigentlich das Junge sein, weil das die Zukunft hat. Ich hätte aber irgendwie noch einfließen lassen, aber trotzdem genauso toll. Also die vielen Leute wussten nicht, ob das genauso toll ist wie die Jahre davor. Das wussten die nicht. Sie waren verunsichert. Ja, aber sie haben es trotzdem probiert, sind doch trotzdem hingegangen. Ich meine, du hast ja vorher den Flyer gekriegt oder konntest dich online halt informieren, was für Titel gibt es, was für Verlagen sind dabei. Theoretisch können ja auch die Läden Werbung machen. Vor Corona haben die Läden zum Beispiel an so einem Tag Signierstunden gemacht. Seit Corona sind Signierstunden stark zurückgegangen insgesamt. Leider sehr stark, ja. Und dann ist das jetzt noch ein Gratis-Comic-Tag, wenn in dem Comic-Land der jetzt ja auch werben soll. Nichts los. Wenn die nicht werben. Die haben einfach nur gesagt, ja, es gibt ein Gratis-Comic-Tag. Ist diesmal für Kids. Ein Zeichner kommt nicht. Nee, nee, nee. Was, wie, wie kostenlos? Ja, wir haben da noch so zwei, drei Heftchen. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Vor Corona war es so, der umsatzstärkste Tag im Jahr für die Branche Comic in Deutschland sollte bitte auch von mir als Comic-Händler, kommt alle, es wird wieder super. Hat keiner gemacht. Also nach meiner subjektiven Wahrnehmung haben die Händler nicht das Ding so groß vorab gefeiert und den Tag herbeigesehnt und den Leuten diese Emotionen mitgegeben, sondern alle haben gesagt, ja, vielleicht ist da was, vielleicht nicht. Also es ist vielleicht ein bisschen was auf der Strecke geblieben, aber genau wegen dieser Thema der Corona-Zeit, des Aussetzens, dass ja die ganzen Präsentationsformen, die Messen, die Läden, dass das alles jetzt so wie eine Art Riestat braucht. Dann, wie gesagt, Philipp Schreiber ist ausgestiegen jetzt. Das kam dazu. Das Ganze läuft jetzt über eine klassische Agentur, die dann praktisch professionell, aber auf der anderen Seite wie eine Art Remdkörper erst einmal auch reinsteigt. Das muss sich alles erst einmal zusammenwachsen. Also da gibt es halt fünf oder sechs verschiedene kleine Gründe, die dazu geführt haben, dass man irgendwie nicht einfach nur weitergemacht hat wie bisher. Aber wenn das so rüberkommt, müssen wir dem halt immer wieder sprechen, dass wir sagen, das ist keine wirkliche Krise, sondern er ist wieder da. Es wird vielleicht auch eine neue, größere Ära geben, aber der Staat war einfach aus pragmatischen Gründen meiner Meinung nach konzentrierter. Es ist auch so, dass der Handel, das kommt ja bei vielem dazu, der Liebhaber sagt, ich habe 30 Titel da gehabt, aber der Handel sagt ja nicht, alle 30 sind gut. Der möchte ja doch nur Besthoff und das war ja auch so ein bisschen, also wir haben es jetzt nicht so plakativ rausgehalten, aber es waren ja gute Titel dabei und das ist ja das Wichtige, dass man also für den Handel auch wieder sagt, da ist jetzt nicht irgendwie, wir haben zusammengekehrt, was wir gekriegt haben. Nee, wir haben richtig schöne Titel dabei. Genau, deswegen, also Qualität stand dann quasi vor Quantität, also Verjüngung und Qualität. Überhaupt, was da an Kindercomics in den letzten Jahren erschienen ist, also ich könnte jetzt unzählige aufzielen, indem ich auch privat gelesen habe aus familiären Gründen, das ist ja Wahnsinn, was da kommt. Ich finde die Bestrebungen, was diese Förderung auch Kindercomics angeht, nicht nur Preise, sondern eben generell, was da erscheint. Ich meine, wir haben auch Verlage wie, beispielsweise jetzt mal, um mal wieder Namen rauszufischen, der Kiepitz Verlag ist großartig, was sie machen über weite Teile. Was da bei Reprodukt erscheint, ist über weite Teile großartig. Ihr habt tolle Sachen im Programm und auch bei vielen anderen Verlagen kommen da Dinge, tolle Dinge. Also ich finde die Bestrebungen da auch einfach mal als Familienvater gesprochen, extrem interessant, weil da auch viel Abwechslung dabei ist und das wohl in gleichen Teilen, also ich habe jetzt, ich habe meiner Tochter letztens von der Aisha Franz, die hat was gemacht, das ist relativ abstrakt, das Science-Fiction-Comic für Kinder, auch optisch eher abstrakt, aber dass es das überhaupt gibt, das erfreut mich auch ein bisschen als Comic-Fan und ich glaube, das sind viele gute Sachen, auf die wir uns freuen können. Also auf den, unsere Long Run sagt man, also auf diese lange Sichtweise, muss man ja so ein bisschen im Hintergedanken haben, dass das klassische Comic-Laden ein auslaufendes Modell ist. Wenn ein Comic-Laden zumacht, wird es in der Regel keinen Ersatz mehr dafür geben. Das heißt, wir müssen uns ja als Branche dann immer überlegen, wo verkaufen wir. und da die Comic-Abteilungen in den normalen Buchhandlungen auch eher unter Druck sind, beziehungsweise aktuell halt in der Situation, wenn ich eine Comic-Wand habe, mache ich auch gleich eine Manga-Wand, weil die ist halt dann im Prinzip einfach für mehr Umsatz da. Dadurch würde das klassische Album halt auch, letztendlich nimmt halt viel Platz weg und alles, sondern die Präsentationsform muss und gut funktionieren, auch sehr, sehr frontal sein, weil es ja Bilderbücher sind, weil es große, also jetzt der Alpenmarkt speziell, sind große Bilderbücher. Und damit da nichts verloren geht, versuchen wir natürlich jetzt zu sagen, es muss nicht unbedingt auch die Comic-Abteilung sein, sondern zum Beispiel, das hat was auch mit der Verjüngung, mit den Kinderbüchern zu tun, die Kinderbuchabteilung darf uns ja als Produkt genauso führen. Und das ist zum Beispiel jetzt speziell bei Splitter, ich weiß nicht, ob unsere Kollegen das dann ähnlich sehen, aber wir sagen im Prinzip, wenn doch das eine irgendwie in Auflösung ist und das andere bietet sich irgendwie an, dann muss ich das natürlich auch einfach beackern. Ich muss dafür dastehen, ich muss da was in Geschäftskontakt treten und in Leserkontakt treten, ich muss einfach sagen, hier ist mein Angebot und dann kaufst du diese Bücher halt in Zukunft eben zum Beispiel in der Kinderabteilung. Das ist so der Gedanke. Und dass ihr euer Lizenzprogramm auch so ein bisschen in die Richtung dann öffnet, ist das auch Teil von eurer Strategie? Also die Grundidee, die wir haben, ist ja, dass wir AI alles bieten wollen im Endeffekt. Wir haben zwar eine gewisse Formalie, die wir erfüllen, aber inhaltlich wollen wir ja von 8 bis 80 und Material, was man wirklich als historisch ansehen kann, bis zu dem, was neueste Idee, neueste Scheiß, das wollen wir praktisch genauso beackern. Es ist aber im Prinzip etwas, was sich auf der konventionellen Buchhandelsschiene verkauft, weil es ist einfach ein Geschäftsmodell, die Buchhandelsschiene. Man darf da jetzt nicht das irgendwie mit dem Kiosk oder mit Online-Geschäften oder irgend sowas vertauschen oder den Magazinmarkt oder sowas. Das ist ein ganz eigener Weg und auf diesem Weg muss ich halt mehr oder weniger ja dieses Buch irgendwo hintransportieren. Und dieser Schiene wollen wir so breit auftreten, wie es geht. Das heißt, das Programm folgt auch der Idee, wo man ausliegt. Also wir würden, wenn wir jetzt wüssten, es gibt ja alles, also jetzt zum Beispiel die Erotik-Schiene, die wir jetzt gerade gestartet haben letztes Jahr, richtig erfolgreich und auch die, wir merken, die verkauft sich einfach breitbandiger. Das heißt, die geht schon viel stärker in den allgemeinen Handel. Das ist so, wenn ich jetzt aus der Comic-Tradition komme und sage, ich verlege ein Comic, das schon mal vor 50 Jahren erschienen ist, dann richte ich mich auch nur an diese Klientel, die ich vor 50 Jahren schon kannte. Kein Buchhändler, der kann mit der Tradition, auch Tim und Struppi und sowas, ja, gar keine Frage, auch die Schlümpfe, das ist kein Thema. Die sind im allgemeinen Buchhändler gut vertreten. Aber wenn ich einen Titel habe, der jemandem vor 30 Jahren nichts gesagt hat, der wird ja heute jemandem noch weniger sagen. Das heißt, der stellt das nicht in seinen Laden. Das kann ich gerade mal sagen, und zwar, weil ich von dem Hugendubel gesprochen habe, das wäre lange Zeit mein einziger Anlaufpunkt gewesen, weil ich, wie gesagt, nicht nach Frankfurt gekommen bin, in die Comic-Läden, habe mir dann Sachen eben online bestellt, wenn ich was haben wollte, oder den Läden schicken lassen. Aber zum Gucken, zum richtigen Gucken, hatte ich halt nur den Hugendubel. Und die haben halt in Wiesbaden eine Regalwand, eine Comic-Wand, die nicht meinem Wunsch entspricht. Also der Comic, den ich eigentlich gerne lese, den Unterhaltungscomic, eben zum Teil eben Splittercomics, die Carlsenalben, die alten und so, die Serien, die bekannten Serien, da fehlt vieles. Es ist ein Schwerpunkt auf Graphic Novels, sag ich mal, da haben sie irgendwo im Phaeton was gelesen, oder da ist irgendein bekannte Schriftsteller, der mit drin steckt, dann wird das da hingestellt. Dann hast du die Serien, die sowieso laufen, wie eben Asterix, Disney, Lucky Luke, nicht immer Tim und Struppi, Spirou, auch nur ganz spärlich. Aber das, was mir als Unterhalt ist, sag ich jetzt mal so, Zack-Serien, früher, sowas findest du da nicht. Nein, das ist genau das Problem. Das ist halt sehr traurig. Du hast, es ist einfach die Situation des Handels, dass der Handel letztendlich auch viel mehr leisten muss, um die Wesenschaft zu generieren gegenüber früher. Die Leute kommen jetzt nicht in den Laden und bestellen und warten und machen, sondern sie erwarten ein Angebot, das sie mitnehmen können und der Laden muss, wenn er sagt, ich habe eine Lese-Mitnehmen-Ware, dann muss der sondieren, was geht schneller und was geht einfacher. Es hat ja mit der qualitativen Urteilung gar nichts zu tun. Es können sehr gute, sehr schöne Comics einfach unter der Linie laufen und keiner interessiert sich dafür. Der Handel bestellt es nicht. Wir haben manchmal sehr schöne Titel, wo wir sagen, das ist ja ein Selbstläufer eigentlich. Jeder, der den liest, jeder, der darüber spricht, sagt, das ist das beste Comic des Jahres, aber der Handel, der kann damit nichts anfangen. Wir gehen ja auch jetzt, gar nicht so, dass wir sagen, wir brauchen einen Bestseller, sondern wir wollen ungefähr 8000 Buchhandlungen erobern. Wir sind bei 2.000, 3.000 ungefähr, die auf der monatlichen Auslieferliste stehen, also mit denen man quasi monatlich Kontakt hat. Aber das ist dann quasi 25 bis 30 Prozent des deutschen Marktes. Das heißt, es gibt immer 60 bis 70 Prozent des Marktes, wo man beackern kann, wo man sagen kann, mach mal eine Wand, mach mal was. Wir sind auch nicht mehr in der Situation, dass jetzt so Comic-Wände aufgemacht werden. Aber es werden zum Beispiel Themen, das sind ja auch sehr themenorientiert, weil wir ja für jedes Thema was haben. Das ist so, die, einfach so Geschichten, die, die spielen entweder historisch, also die Mythen als Beispiel, die wir haben, die griechischen Mythen. die sind halt dann auch ganz einfach in der Abteilung, wo Mythen und Stoff und Legenden und was weiß ich sind. Die stehen übrigens auch im Buch unter Betritten. Also von den Mythen, Splitter, also wenige, was von Splitter da ist, sag ich mal, sind also oft so Mythen oder solche Themenbänden oder Bände, die mit irgendwelchen Filmen oder so oder Fernsehsagen mit in Brühe kommen. Das ist einfach so. Ich glaube, bei vielen Verlagen ist es gerade üblich, dass sie so Themenschwerpunkte haben. Wolltest du da auch drauf hinaus? Nee. Wie ist es mit Dune im Buchhandel? Weil es ja gerade, weil du sagst nach Themen. Ja, ist auch drin beim Hugen-Dubel. Ich habe gerade alles, was mit Filmen oder mit Fernsehserien oder Streaming-Schichten da zu tun hat, das zeigt sich. Der Frankfurter Hugen-Dubel, der muss ja gar nicht super sein, weil in Frankfurt gibt es ja mindestens zwei bis drei Comicläden. Aber der Frankfurter Hugen-Dubel hat, das klingt ja so, als wäre das schon da, wo es sein soll, die Comicabteilung in der Kinderbuchabteilung nebendrangesetzt in Frankfurt. Vielleicht ist das ja schon. Natürlich ist da der Schwerpunkt Manga und dann ist da irgendwo ein kleines Eck, wo leider irgendwelche übergroßen Dinger rumstehen. Warum weiß kein Mensch? Also wir beurteilen den einzelnen Laden gar nicht mal, dass wir uns präsentiert, sondern wir wollen einfach in die Bandbreite. Wir wollen raus und wollen überall gesehen werden, weil dann funktioniert das Geschäft. Du siehst, dass du hast in einer Kleinstadt irgendwo 50 Bücher verkauft und in der nächsten Kleinstadt 50 Kilometer weiter kein einziges. Du weißt eigentlich, das kann so nicht sein. Das heißt, da hast du keine Präsentationsform gefunden. Du warst da nicht präsent und woanders warst du vielleicht sogar überpräsent, weil manch Händler auch sagt, ich habe zehn bestellt und habe nur zwei weggekriegt, weil vielleicht fünf oder zehn Händler das bestellt haben. Was wir wollen, ist eigentlich zu sagen, das muss sich viel besser verteilen. Das muss ein Mechanismus sein oder das ist dann so, weil du auch mit Juni ansprichst, das ist gleich ein ganz anderes Thema. Aber man muss einen Titel und ein Programmangebot haben, dass der Laden sagt, ich habe im Prinzip ein funktionierendes Thema, ein Themenbereich. Das ist das Wichtige. Das einzelne Buch ist dann für uns jetzt nicht so wichtig, sondern wir müssen das im Gesamten auch, gerade weil wir ja so viele Titel pro Monat machen, das muss im Gesamten funktionieren und diese Präsentation darf auch nicht irgendwie eine Aktion sein und dann wieder verschwinden, sondern der Laden zieht dann diese Kundschaft immer wieder an und dann funktioniert der für uns auch. Und das ist etwas, das kommt, das sind so viele Themen, die da reinspielen. Also das heißt, populäre, wir kaufen ja auch viel mehr populäre Titel ein, bringen die auch zeitnah, zeitpopulär, also bezogen auch, das ist ja das ganze Thema, was mit Merchandising, also sehr viele Titel, die als Kinofilme kommen und sowas und die funktionieren ja auch in dem Moment. Aber sie funktionieren nicht, dass ein Laden 100 Titel verkauft, sondern dass praktisch der ganze Handel sagt, oh, das ist einfach mal ein Thema, da steige ich ein. Also Dune ist ja ganz schlicht und einfach in drei oder viermal so viele Läden vertreten. Aber das meine ich mit tatsächlich Marketingthemen und Schwerpunkten, die da einfach gesetzt werden. Jetzt ist Dune so ein Thema, das sind die Superhelden, das sind immer aktuelle Streamingformate, die irgendwo starten, aber das haben wir ja beispielsweise auch, wenn, keine Ahnung, Bachjahr war, haben wir auch drei, vier Bach-Graphic-Novels bekommen. Wenn, was weiß ich, Heine hat jetzt, ich habe den Heine-Comic gemacht, auch das war ja was, was eine gewisse Aktualität hatte. Also das sind die Schwerpunkte und das sind ja auch die Schwerpunkte, wo du dann in irgendwelchen Buchläden konkret auch mal so Tische hast, so Aktionstische und wenn dann eben da auch das Splitter-Album mitliegt, dann ist das natürlich wünschenswert. Aber wenn ich dich richtig verstehe, geht es eben gar nicht darum, über einzelne Themen irgendwo aufzutreten und meinetwegen gezielt über Kindercomics irgendwo aufzutreten, sondern in der Breite wahrgenommen zu werden als Comics und dann eben auch Splitter-Comics und grundsätzlich irgendwie wegen meiner Dinge der allgemeinen Qualität eures Portfolios abverkauft zu werden und nicht mit einzelnen gezielten Themen. Also für das Haus, wie wir organisiert sind, nutzt es uns nichts, wenn wir einzelne Highlights hätten. Wir brauchen ein funktionierendes Gesamtprogramm. Das ist für uns das Wichtige. Sonst können wir diese Bandbreite nicht halten. Wir könnten natürlich auch schneller mit halb so vielen Titeln fahren, wenn jeder doppelt verkaufen würde. Und das ist vielleicht auch möglich, dass man jetzt sagt, man könnte diesen Verlag auch konzentrierter für bestimmte Themen bringen. Aber wir wollen ja praktisch aus der eigenen Interesse, weil wir selbst an der Comic-Kultur interessiert sind, natürlich auch die Bandbreite aufrechterhalten. Das heißt, wir gehen gedanklich mehr in die Breite, aber ein einzelner Titel, der besser läuft und einer, der schlechter läuft, das muss natürlich miteinander korrelieren. Aber uns wäre es schon lieber, wenn wir sagen, wir haben die Bandbreite über alles. Weil wir können im Buchhandel, das ist der Vorteil im Buchhandel, auch eben Messen am Kioskmarkt oder anderen Bereichen, können wir ja mit relativ kleinen Auflagen immer noch Gewinn erwirtschaften. Das ist nicht viel Gewinn, aber es funktioniert. Es muss ja nur da sein. Also das Problem ist für uns nicht 500 oder 1000 Bücher zu verkaufen und nicht zu verkaufen. Das Problem ist, wenn du irgendwo gar nichts mehr verkaufst, wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, da bin ich gar nicht in den Handel gekommen. Weil die Ware wird dadurch nicht irgendwann mal in 5 oder 10 Jahren erfolgreicher. Die geht lost in time quasi. Du hast die auf dem Markt und irgendwann mal sagst du, das hätten wir nicht machen müssen. Und das ist das, was für uns wichtig ist. Da wir jeden Monat neue Bücher bringen, müssen die existierende, das existierende Programm muss die Schöpfungskraft haben. Und das geht nur über die Bandbreite, also über die viele Themen und auch breit im Markt gestreut. Und wie gesagt, das ist nicht ein Thema, da spielt alles zusammen. Weil auch die, du hast ja eben das Thema mit diesem Merchandising, schauen wir doch ganz einfach mal, das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft, aber schau doch auf die Superhelden. Was ist denn da geschehen? Da ist im Endeffekt die Konkurrenz Marvel, die sie Superhelden über Magazin, über Bücher, über Gesamtausgabe, über Graphic Novels, über Kinofilme, Computerspiele. Das ist etwas, was sich gegenseitig befruchtet und befruchten musste, damit es überhaupt funktioniert. Im Endeffekt kann man darüber philosophieren, haben jetzt die Comics die Filmbranche gerettet oder hat die Filmbranche zum Beispiel jetzt wieder die Comics gerettet? Weil mehr oder weniger hat jeder die andere Klientel abholen können. Das heißt, du hast im Prinzip eine Bandbreite geschaffen und das ist heute und das ist auch im Manga-Bereich so, über Anime, Manga und das ganze Merchandising rundherum. Du hast da zwei- oder dreifache Ansprache. Wenn ich jetzt nur ein Buch habe, das ist auch das franco-belgische Problem, wenn man das so nennen will. Ich habe nur dieses Buch, ich habe keine weitergreifenden, also wir vergessen jetzt Asterix, Dämonstruppi und die Schlümpfe. Dann habe ich keine weitere Ansprache. Ich kann darüber nichts anderes anbieten. Ich kann nicht sagen, du, da gibt es ein Merch dafür, da gibt es irgendwas. Nein, das Buch selbst muss das Interesse schaffen und der Handel. Dann kommt das Merch vielleicht von selbst, wenn dieses Buch oder die Serie dann Erfolg ist. Dann kommt vielleicht Merch für den franco-belgischen Sprechland. Das ist ja Asterix, da kommt kein Merch. Asterix, Dämonstruppi, natürlich haben die alle Merchandising, die haben auch Filme gemacht, die haben da, aber aus dem Comic raus. Das sind jetzt aber die großen Beispiele, diese großen Marken sind das ja. Das sind die goldenen Fünf oder was weiß ich und danach kommt nichts mehr. Was weiß ich, wir hatten mit Alicida damals die Götterdämmerung und alles mögliche. Der hat ja ein bis zwei Millionen eingesammelt und hat ja diesen Filmtrailer. Den haben wir vor über zehn Jahren auf der Messe immer gezeigt. Der wollte ja einen Kinofilm machen, Disney-Style-mäßig gezeichnet, alles mögliche. Der hat Millionen gesammelt, die haben angefangen, die haben produziert, was weiß ich. Das Projekt ist nicht geworden. Der Erfolg des Comics hat trotz des Namens und das war ein Erfolg im Verkauf. Das Ding hat 50.000 oder 100.000 in den frankenburgischen Bereich verkauft. Das ist ein großer Schmöke, ein dickes Buch und gab es Luxus, Ausgaben und alles mögliche. Auch wir haben damit einen guten Umsatz gefahren. Aber es hat nicht gereicht, um daraus ein Kinoprojekt zu machen. Und selbst dann, wenn es erschienen wäre, ist ich ja noch nicht sicher, ob das nicht auch wieder gefloppt wäre. Also ob die Produktionskosten überhaupt freien. Kino ist ja auch ein deutlich schwerer Markt wie früher. Und deshalb ist es etwas, wo diese Befruchtung nicht stattfindet in dem Bereich. Und die Buchbranche an sich, generell alles, was heute sich verkauft, muss Synergieeffekte reinholen. Du kannst nicht mehr für dich sagen, ich bin in einer Schienung unterwegs. Du musst sagen, habe ich ein Thema, das gerade die Öffentlichkeit interessiert? Ist dieser Künstler bekannt? Ist das Thema bekannt? Gibt es das in anderen Sachen? Wir haben jetzt unsere vierte oder fünfte Ausgabe Alles im Wunderland, die wir jetzt gerade machen. Weil da ja vor einigen Jahren die Autorenrechte frei waren, sind ja so viele aufgestiegen. Und dann fragen auch Leute, fünfte oder sechste Alles im Wunderland, kann das noch erfolgreich sein? Ja, das ist erfolgreich. Im Filmbereich auf jeden Fall. Da habe ich jetzt wieder »Chillette zu Wicked« gesehen, was auch irgendwie in diesem Land spielt. Das ist alles. Die Filme kommen jetzt auch haufenweise. Eben, weil wir wissen, dass jemand auch, und es wächst ja auch eine neue Generation ran. Und das ist ja, wir haben ja keine, das Besondere, das ist meine Philosophie immer für den Bereichen, in denen wir unterwegs sind. Wir haben ja noch nie irgendwas wie Sättigung erlebt. Das heißt, wenn wir heute ein Buch 5.000, 10.000 Mal verkauft, dann haben wir eine Promille der Bevölkerung erreicht. Wir haben 99,9 Prozent der Bevölkerung noch nie erreicht. Und deswegen von Sättigung kann man da gar nicht reden. Sondern wir müssen einfach nur in der Kommunikation, in der Wirkung, in dem Content, in der Blase irgendwo auffällig werden. Und dann läuft das schon. Und ansonsten, was jetzt geht, wo es Filme zu gibt zu den großen Themen, die haben halt einen riesen Vorlauf, eine Tradition. Und das ist im Moment, was wirtschaftlich am beliebtesten ist. Marken, auf die man aufbauen kann, weil man sie seit 80 Jahren Marvel-Superhelden kennt, weil man es Asterix seit über 60 Jahren kennt. Und Kindercomics in Deutschland seit 2010 ist der Aufbau. Und jetzt bist du 2024, Papa, der feststellt, hochskippt Kindercomics. Gaston, war das 2010? Könnte sein. Masukits plus diese Kleinverlage, die man gar nicht wahrgenommen hat, weil die noch keinen Platz in den Regalen hatten. Da gab es Kindercomics, Amelia Rules auf Deutsch. Erste Gratis-Comic-Tag war 2010. Da wurden auch schon die ersten Titel für Kids kostenlos verteilt. Und jetzt sind wir 2024. Es hat sich weiterentwickelt. Wer weiß, ob es in 15 Jahren den ersten Kinofilm von irgendeiner Kindercomics-Serie gibt, die durch ein Gratis-Comic dann nochmal groß gepusht wurde. Die jetzt noch nicht berühmt ist. Gerade wollte ich den gerade nochmal ins Brot bringen. Würde ich gerne zumindest das Thema Gratis-Comic-Tag kurz hier abschließen. Hast du schon Ideen, Ansätze fürs nächste Jahr, also fürs nächste Jahr gehört? Gibt es da schon irgendwas Konkreteres? Weißt du schon irgendwas? Die ist gerade die Analyse erstmal rumgeschickt worden und die soll ja jeder erst einmal quasi sich durch den Kopf gehen lassen und Vorschläge. Ich weiß gar nicht, wann das nächste Treffen ist, aber irgendwann jetzt im Spätherbst wird normalerweise immer konkretisiert. Okay. Also da ist mir jetzt nichts bekannt. Ich möchte gerade nochmal, weil er gesagt hat, weil du eben gerade von Gastun und Masukiz und so, es gibt ja auch Bull & Bill als noch, noch jüngere. Ja, das sind aber eigentlich keine Kinder-Comics in dem Sinn, sondern das ist eigentlich auch wieder nur eine Ausweitung oder eine Vermarktung, das ist das Marketings. Das gibt es genauso in den holländischen Serien Suske & Whiske als kleine, was weiß ich, Windelkrabble so ungefähr. Ja, das ist einfach nur ein zusätzlicher Nebenverdienst, also ein Spin-off. Was anderes ist das nicht. Eine bekannte Marke kriegt es hin, einen Nebenfelder zu bewirtschaften. Ja. Und als Superheld, ne? Jerome. Ja, zum Beispiel. Ja, das finde ich auch sehr gut. Kommt ja demnächst. Ja. Und zack. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, weil ich gesagt habe mit Kino. Kino ist ein schwieriges Thema, ja, aber was wohl scheinbar brummt wie nicht mehr klar, sind ja die Streamingdienste, ja, Netflix und Kram. Das ist halt aber auch, da geht es so schnell, dass der Text da rum ist. Du kannst es aber ganz anders produzieren. Ja, du kannst zum Beispiel sagen, bevor ich mir jetzt einen Kinofilm von drei Stunden da ausdenke, dann haue ich es einfach in sechs Teile rein und mache da eine erste Staffel draus oder aus irgendeinem bekannten Stoff, sage ich mal. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Arbeitskollegen von mir kam die Woche an und sagt, ah, ich und meine beiden Söhne, wir gucken so gern The Boys, ja, das ist ja richtig geil, war es eine geile Serie, musst du unbedingt gucken, da sag ich, ja, weiß ich, dass es eine Comicvorlage gibt, wie Comic, ja, so ungefähr, ja. Dieses Zurückbefruchten dann, ja, das klappt auch nicht, das klappt nicht immer, das klappt bei Superhelden vielleicht noch eher, ja. Also bei amerikanischen Markten, wir sind ja da mittlerweile wirklich auch groß, also wir haben zwei bis drei amerikanische Titel jeden Monat, da muss man aber dazu sagen, der hat ganz eigene Herausforderungen, die wir vorher nicht so kannten, also wir wussten das, aber dass das so stark wirkt, es ist ja schlicht und einfach so, das Italienisch, Spanisch, Französisch, Belgisch, das sind Sprachen, die der allgemeine Bürger so nicht kann und nicht lernt und die er letztendlich dann irgendwann mal in Deutsch konsumieren will. Das heißt, wir sind gefühlt immer das Original für die Leute, wenn wir, nur der Nerd sagt, ich fahre nach Frankreich und hole mir das Original, aber jetzt ist es im amerikanischen Markt, im englischen, amerikanischen Markt noch andersrum, da ist das Original präsent, das ist da. Das heißt, für uns ist es bei sowas viel, viel wichtiger, dass wir, was Lizenzen angeht, als unheimlich schnell reagieren, das bringen, bam, 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 rausbringen, weil die Leute sagen, ich kaufe dann sowieso, ich kaufe Marvelisi, ich kaufe, also Marvelisi ist immer ja gar nicht drin, aber Dark Horse als Beispiel, oder sowas, oder Image und sowas, dann sagen die im Prinzip, wir kaufen das Original. A, ist es in der Regel meistens ja kleiner und eine Verarbeitung einfacher, aber es ist meistens günstiger, Englisch kann jeder und vor allen Dingen, die Zeit, was das gerade eben gesagt hat, Michael, die Zeit ist so, dass es halt auch schneller geht, das heißt also, wenn wir das ein halbes oder ein Jahr später bringen, Katalog, Ankündigung, ist das schon wieder gelaufen, das Thema ist schon wieder durch. Und das ist diese spezielle amerikanisch-englische Herausforderung für uns, dass wir da bei sowas schneller, aktiver sein müssen, als wir es gewohnt sind und wir überhaupt nicht als Original gesehen werden. Und da müssen wir uns einfach sagen, das ist der deutsche Markt, das hat nichts mit Comic zu tun, der deutsche ist ein Konsummarkt, Kreation ist hier noch keine, was weiß ich, zwei, drei Prozent des Gesamtmarktes, also 98 Prozent ist Importware und da müssen wir uns mit diesen Begebenheiten aus den anderen Ländern, was sie auseinandersetzen. Aber ihr habt eine gute Idee gefahren, wie ihr das mit dem US-Markt gut löst. Es gibt Digital-Copics vom Scott Snyder mit seiner ganzen Schiene, die werden jetzt im Nachhinein auf dem US-Markt gedruckt. Da könnt ihr, wenn ihr euch beeilt, parallel vielleicht sogar schneller sein. Da habt ihr ja schon ein paar schöne Titel, die da jetzt angekündigt sind. Die hat der haptische Leser, also der die Bücher kauft, noch gar nicht wahrgenommen, weil es sie in den USA nur bisher digital gab. Ja, das ist ja das Wort. Und da sind geile Titel bei. Und das ist ja nicht nur der Scott Snyder, das ist ja nur der Autor. Interessant ist ja auch, mit wem er das dann zusammen macht, mit welchem Zeichner. Mit Alba Kierke, der American Vampire, ja gemacht hat, kommt jetzt als nächstes das nächste raus. Das kommt dann schon im nächsten Splitter-Katalog raus, obwohl es in den USA noch tröppelt mit der Druckausgabe. Das ist genau richtig so. Ja, also wir versuchen alle Geschwindigkeiten und manchmal kriegen wir die auch weggenommen, die Geschwindigkeit. Also wir hatten die Geschwindigkeit bei Dune, weil du vorhin Dune angesprochen hast und dann kommt der zweite Teil nicht. Der erste hat schon verzögert, der zweite kommt dann über ein Jahr später und du hast eigentlich alles bereit, an den Start zu gehen und das kommt nicht. Also du kannst das nicht und du kriegst, du darfst es ja auch in dem Fall gar nicht vorher veröffentlichen. Der Minister ist ja nicht gefloppt, das hätte ja auch noch passieren können. Die Filme sind ja nicht gefloppt. Das kommt bei allem dazu. Klar, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Du gehst dann natürlich auch in ein Risiko. Solche Lizenzen sind in der Regel teurer. Du musst höhere Auflagen, höhere Garantiesummen machen. Du musst einfach mit mehr Merchandising reingehen. Dann stehst du im Prinzip irgendwo in einer Abhängigkeit, die du so gar nicht hattest, weil du hast jetzt nicht mehr den einzelnen Buchhändler, der dich führt oder nicht, sondern du hast auf einmal mehr oder weniger ein Konstrukt, ein Gesamtkonstrukt, wo du reinpassen musst. Du musst einfach auch diese klassischen Bestelllisten des Buchhandels, das ist halt natürlich auch alles textorientiert. Der Buchhandel ist ja nicht groß wegen den Comics, der ist ja groß wegen den Büchern. Das heißt also, du hast diese Präsentationsform, der Inhalt, der grafischen Inhalt, hast du nicht. Das interessiert den Buchhandel keinen. Das gibt Bestelllisten nach Namen und dann gucken die noch ein bisschen in die Verkaufszahlen und dann wird da im Prinzip ein Buchhändler, zählt vielleicht 400, 500 Titel in der Woche ein, die ihn optisch überhaupt nicht interessieren. Und Schlagworte, arbeiten die vielleicht nach Schlagworten? Wir wollen jetzt mal, was weiß ich, Zeitmaschinen-Thema. So arbeiten die auch nicht, oder? Nach Themen zumindest. Deswegen sage ich ja, mit den Mythen zum Beispiel sind wir gut im Buchhandel vertreten, weil einfach die Griechen, das war für mich auch ganz am Anfang, wie wir gesagt haben, kaufen wir die Covenants, wenn ich über Mythen oder irgend sowas nachdenke, sind die griechischen Mythen für mich auf Platz 1. Also gehe ich, das war mein Gedanke damals, habe ich gesagt, so Dirk, gehe ich in einen Buchladen rein, dann fällt mir als alles erst einmal, einfach was fällt dir ein? 10, 20 verschiedene griechische Mythen. Alles andere ist viel weiter weg. Also würde ein normaler Kunde sagen, ich will mich mit dem Thema beschäftigen, dann kommt der da hin. Also kann ich auch immer, wenn ich Buchhändler wäre, ich würde jedenfalls so eine Themenwand immer auch führen, weil ich immer weiß, das ist Platz 1. Ich muss dem ja nicht den ganzen Laden widmen, aber sagen, hier, das ist der Point One, also der Anlaufpunkt. Und wenn einer sagt, ich will aber was anderes, ich will was Spezielles, dann gehe ich in die Seitenräume oder sowas. Aber dieser Anlaufpunkt, der ist halt da gegeben. Und das zeigt sich, wir kaufen eben diese Mythen in drei oder viermal so viel Verkaufsstellen wie der Rest des Programms. Gerade wenn es um Zahlen geht, gibt es eine, die ich extrem spannend fand, nämlich auch im Splittercast gefallen, im Gespräch mit jemandem von PPM. Der hat eine Zahl genannt, die hat mich extrem beeindruckt und zwar nicht nur positiv, weil die mich zum Andenken, zum Nachdenken auch gebracht hat. Im Monat erscheinen zumindest dort im Buchhandel 200 bis 250, ich will es nicht genau, ich glaube, er hat 220 gesagt. Sagen wir mal 200 Comics erscheinen im Monat in ganz Deutschland von den Verlagen allein. Obendrauf kommt noch Digitalvertrieb von digitalen Dingen, die international natürlich stattfinden und natürlich noch Selbstverlag. Es gibt enorm viel Auswahl für den Endkunden. Enorm viel. So viel, dass es erschlagend sein kann. Und da frage ich mich natürlich, als jemand wie du jetzt auch, ihr habt gemeint, ihr habt den Output ja reduziert, ihr habt irgendeine so eine Maximalanzahl im Monat festgelegt für euch. Woran ihr eigentlich festmacht, was zu euch ins Portfolio wandert? Ihr kriegt vermutlich auch enorm viel Angeboten. Ihr könntet vermutlich jeden Monat eine richtig große IP präsentieren in Comic-Form. Wie sieht es eigentlich aus? Wonach entscheidet ihr, was bei euch ins Portfolio reinwandert? Wonach, wo müsst ihr auch vielleicht auch mal Nein sagen, um eben nicht noch mehr Output für die Endkunden zu haben? Naja, also da wir, jetzt haben wir den, seinen Katalog, wer den kennt, letztes Jahr umgestellt. Bisher hatten wir den Katalog ja immer in so Spalten. Und da war immer ein Thema. Und das war immer die Philosophie von Dirk und mir, wenn ich jemanden abhole, dann habe ich ja, ich habe ihn ja gefunden als Leser. Der möchte ja praktisch als Nachfolger für das, was er von uns gelesen hat, dasselbe nochmal. Also er möchte den selben Künstler, dieselbe Serie, dieselbe Thematik, dasselbe Oeuvre. Der möchte, der interessiert sich dafür. Der kann auch in fünf Jahren wieder aussteigen, weil er sagt, ich habe die Nase voll davon, aber eigentlich möchte der ja im Prinzip das haben. Und deshalb haben wir die Spalten, haben wir jetzt, wie gesagt, 15 Jahre lang geführt. Und da hattest du praktisch eine Traffic Noble, eine Funny, eine Horror, Science Fiction, Fantasy, Western. Und so ging das im Prinzip durch. Das heißt, du bist eigentlich eine Art gesellschaftlicher Dienstleister für Content, für Interesse, für jemand, der sagt, ich möchte von euch bedient werden an der Stelle. Also so wie halt eben, keine Ahnung, Restaurants haben ein bestimmtes Foodprogramm, ein bestimmtes Essensprogramm. Das ist eine Geschmacklinie, irgendwas, was ich anbiete. Und so muss man halt in einem bestimmten Level, da muss man ein Fischergericht haben, da muss man ein Wildgericht haben und eins normales und halt ein veganisches, so aus der heutigen Sicht heraus. Und so ist das bei uns halt genauso immer gelaufen. Also immer dieses zu erfüllen. Und das hat die Größe irgendwann mal ausgemacht, weil das Ziel war, irgendwann mal jeden Kunden, jeden Monat eine Ansprache zu geben. Und wie wir das erreicht haben, da haben wir dann gedeckelt. Das war nicht der Gedanke, könnten wir nicht doppelt so viel kaufen und könnten wir doppelt so viel verkaufen. Der Gedanke war es nicht, sondern der Gedanke war, sind wir mit dem, was wir tun, an der Spitze quasi angekommen? Das ist also die hausinterne Spitze quasi. Nicht, was der Markt irgendwie verkraften könnte. Und es gibt ja zwei Stimmen. Die einen sagen, mach doch mehr und die anderen sagen, ihr macht schon seit 20 Jahren viel zu viel oder seit 15 Jahren viel zu viel, weil viele ja sagen eher, wir machen zu viel. Aber warum sollen wir jetzt eine Lücke reinreißen? Warum sollen wir an einer bestimmten Stelle jetzt, dass das nicht perfekt geht, und das ist halt auch gegeben. Also viele Leute sagen, ah, in dem Monat hattet ihr mal nichts für mich. Es gibt Leute, die schreiben uns dann. Die sagen, ich kaufe euch seit fünf Jahren, aber wo ist denn meine Demonstration-Serie? Und die haben Angst, dass das eine Schwäche sei. Die schauen auf die anderen Verlage. Bei den anderen Verlagen wird das ja nicht gemacht. Viele Verlage bedienen ihre Kunden nicht in dem Sinn, dass sie Dienstleister in der Dienstleistung sehen. Und wir machen das aber. Wir stehen dann da und sagen, wir sind da auch mehr oder weniger schon in der Verantwortung, ihnen das zu liefern, was er will. Wir haben ihn angefüttert. Aber dann liegt die Frage eigentlich auf der Hand und auch wenn ich mit Antworten ein bisschen selbst erklären kann, muss ich sie trotzdem stellen. Zwei von drei verkauften Comics sind Manga. Wo ist eigentlich der Splitter-Manga? Welche Dienstleistung? Wird da wirklich jede Dienstleistung wahrgenommen? Es gibt noch eine Spalte. Eine Spalte in unserer Geschichte. Ja, wir haben uns überlegt, machen wir erst die Erotik oder erst die Mangas. Und dann haben wir uns für die Erotik-Mangas. Die gibt es in Deutschland noch nicht. Also die Gerüchte oder sowas wird ja schon so ein bisschen draußen rum. Ist ja kein wirklich Geheimnis. Wir werden auch da die Verjüngung in Richtung Manga. Das Problem ist nur, der Mangamarkt ist auf der einen Seite der Einzige, der jetzt wirklich hohe Zahlen hatte, die ja aber auch genau jetzt mehr oder weniger auch gedeckelt sind. Und das ist halt sehr schwierig zu sagen. Also wir schauen uns das Programm an von anderen Verlagen und dann sagen wir halt auch, das Level, braucht es das oder braucht es das noch oder nicht mehr, das ist für unser Gefühl auch schon erreicht. Das sagen auch viele Manga-Leute. Das ist doch alles sehr gut verteilt. Das sind ja zehn Verlager mindestens, die Manga rausbringen, oder? Ja, weil die haben doch schon alle Titel unter sich verteilt. Da wird doch gar nicht mehr viel frei sein, oder? Der große Vorteil ist, der große Vorteil ist, das Manga funktioniert jetzt allgemein im Handel so, dass der Manga halt überall präsent ist. Der hat ja jetzt das Thema nicht, dass die Wände, weil wer eine Buchhandlung hat, hat so jeder zweite, sage ich mal, Buchhandlung hat eine Manga-Ecke. Das heißt, du kommst halt einfach statt den 2.000, 3.000, vielleicht den 5.000, oder 6.000, oder 7.000 Läden rein. Auch als kleinen Verlag kommst du da rein. Also das ist doch die Hoffnung, die wir dann haben, wenn wir dann sagen, mit dem Programm haben wir einfach wieder mal 2.000, 3.000 Verkaufsstellen, die wir sonst gar nicht erreicht hätten. Und dann würden wir denen natürlich noch so ein bisschen die Injektionsspritze geben, dass wir sagen, du, wir haben aber noch was anderes, außer Manga. Dass die einfach, ja, wenn die... Ich bin splitter nackt. Heißt das splitter nackt? Oder heißt es inoffiziell im Splitter nackt? Es heißt splitter nackt. Nein, das sollte splitter nackt heißen. Wir haben den Begriff selbst kreiert, schon vor 10 Jahren. Ja. Und haben den auch schon verwendet irgendwo, aber wir haben es nicht aufgedruckt. Weil das war mal die Idee, dass das einfach wie ein Label ist. Das war schon am ersten Tag die Idee, dass das irgendwann kommt. Das splitter nackt ist sehr alt. Der Idee ist ganz am Anfang. Genau, ja. Ja, aktuell gibt es ja dieses Klinger Lichten zum Beispiel. Das Klinger Lichten fällt mir jetzt gerade ein, auch mal um einen Titel mal zu nennen. Das ist ein Teil dieses Subimprints, nenne ich es mal. Was gibt es da noch für Titel, die ich jetzt nicht kenne? Der Grepa wird da vertreten. Der Guido Grepa, der war früher zensiert oder verboten, meistens indiziert. Und es gibt ein paar Titel von Milo Manara. Das sind die, ich nenne es jetzt mal späteren Werke, die in diesem Programm drin sind. Sowas wie King Galitzin ist was ganz Neues. Das heißt neu gezeichnet, erstmals auf dem Markt. Es gibt ein so niedlich verspieltes, das heißt das Volk der Nebel. Das sieht aus wie italienische Disney-Comics. Ne, so sieht es nicht aus, aber so ähnlich. Aber kennst du die inhaltlich? Sind die tendenziell eher explizit oder einfach nur generell erotisch? Ich kenne die Inhalte nicht, ne. Aber die Grepa-Klaziker. Das habe ich jetzt gelesen, das ist alles andere als schon. Ganz im Gegenteil. Das ist eine tolle, hochwertige, erotische Comic mit einem gewissen auch vielleicht aufklärenden Anspruch. Das ist jetzt keine Schmuddelliteratur, oder? Habt ihr auch Schmuddel-Comics? Naja, man würde das als Schmuddel-Literatur bezeichnen, wenn man so möchte. Genau. Das ist eine andere Klientel. Also das heißt, explizit sind diese Comics ab 18 für Erwachsene und werden auch so explizit angeboten. Das heißt, da drin ist der Geschlechtsakt, sage ich mal ganz allgegenwärtig, wird gezeigt, da gibt es keine schwarzen Balken oder irgendwas, das ist ein Erotik. Es ist aber keine Pornografie im klassischen Sinne. Man hat die Diskussion ja letztendlich beim Pornofilm auch. sobald es eine Handlung hat, ist es kein Pornofilm. Ein Pornofilm hat, also die Handlung außerhalb dieser Handlung, meine ich jetzt, also eine Storyline und sowas. Diese Bücher haben durch die Bank irgendeine Story. Und im Endeffekt sind das alles Geschichten rund wie Emanuel oder was weiß ich, was jedem was sagt, jedem interessierten Menschen was sagt, gibt es eine Geschichte. Und die Pornografie da drin ist der Akt. Der findet aber in diesen Comics überall statt. sind auch schon erfolgreich reingestartet. Also das heißt im Endeffekt, wir sind da schon mehrere Nachauflagen. Ja. Tatsächlich, also das ist... Aber das ist jetzt nicht so, ich meine, ich kenne die Namen immer nicht so gut. Die ganzen Kanadier, Crump und wie sie nicht alle heißen oder Brown oder was, die haben doch tendenziell... Die haben nichts mit Erotik und nichts mit Porno zu tun. Das sind subversive Underground-Comics, die auch das Thema... Prostitution, Orangie. ...so was mit reinfließen lassen. ...so was zum Thema haben. Aber Porn und den Nachhälungen... Schmuddel-Comic eher als sowas. Das ist ja nochmal eine andere Schiene. Also sowas wie Crump ist ja sowas wie... Underground. 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 Unter der Überschrift. Da wird jedes Thema unter der Gürtellinie behandelt. Nicht nur der Sex. Genau. Also der Sex ist dann Fäkalsex oder was weiß ich und der Rest ist halt genauso fäkalisch in Anführungsstrichen. Also was da... Crump hat eigentlich nur unter der Gürtellinie erzählt. Okay, das heißt, wir haben ja bei diesen Erotik-Comics tendenziell aber schon eine Geschichte, eine ansprechendere Optik. Es geht jetzt nicht darum, ich möchte das Wort nicht benutzen, aber ich tue es mal, um klar zu machen. Es sind keine Wichsvorlagen, es sind tatsächlich schon Kunstwerke, die letztlich auch so gelesen werden sollten. Der Kunde darf damit machen, was er will. Der Kunde darf auch drüber schimpfen. Schön wäre es, wenn der Kunde sich es erst anschaut und dann überlegt, ob er schimpft und dann kann er auch noch überlegen, was er damit macht. Aber es gibt ja auch die Klassiker, wie der Marshall gerade gesagt hat. Zum Beispiel Gullivera, das ist so ein Manara-Werk, das gab es früher schon, wo war es, bei Karlsson oder was? Pinoccia, das gab es auch schon bei Erhaber, glaube ich sogar. Und die gibt es jetzt wieder neu aufgelegt und die sind viel zu harmlos, um überhaupt zu sagen, dass das Erotik-Bände sind, aber es sind Erotik-Bände. Also ich kann dir sagen, da gibt es einige, wie zum Beispiel das Raks da unten, das kenne ich jetzt aus dem Holländischen her, die sind schon ziemlich heftig. Also da geht es gerade schön ab. Und das Kinkielitzen ist eine Eigenproduktion. Ja, genau. Marisant und Jan-Phil. Ich kann jetzt so, also ich habe es jetzt hier mal für die Zuhörer vorliegen, dass ich zu den einzelnen Titeln, die ich hier sehe, was sagen kann. Also das heißt im Prinzip Kinkielitzen, das ist im Prinzip nichts anderes, als dass die Künstlerin mehr oder weniger schon damals, vor zehn Jahren gesagt hat, ich will was in der Erotik-Schiene machen. Dann hat sie uns über zehn Jahre lang eigentlich, wie mache ich es an, ist das? Die hat uns über zehn Jahre lang immer irgendwelche Bilderbücher und so gesagt, wir sind Kinky Carrot. Kinky Carrot. Ja, Kinky Carrot, die ja auch einen eigenen Auftritt hatten, als Möcher. Und sie haben immer gesagt, naja, wir sind kein Bilderbuchverlag, wir sind ein Comic, mach, Comic, mach, Comic. Dann wollte sie so Kurzgeschichten machen und sowas. Das ist alles nicht in unserem Faible. Das, was wir bringen, sind im Prinzip Alben und die müssen eine Story, eine irgendeine Geschichte haben. Und das hat sie uns dann irgendwann präsentiert. Und was sie macht, ist, sie selbst sagt für sich, weil sie das ja auch so in der Personalie, das ist ja praktisch sie selbst, die sich selbst auch darstellt. Deutsche Künstlerin. Deutsche Künstlerin und die sich selbst ein bisschen darstellt und die sagt, na gut, ich habe mich mit dem Thema Erotik beschäftigt, künstlerisch gesehen und auch persönlich gesehen und dann sagt sie, ja, da gibt es so viel zu entdecken und das wollte sie mitteilen. Ich würde das als ein, ja, wie würde man das heute sagen, online wäre das letztendlich nichts anderes als so ein TikTok-Channel oder sowas. Tagebuch oder was? Wie ein Tagebuch oder was? Das wäre vor allen Dingen heute, auf den Online-Medien wäre es ein Channel, in der sie über sich spricht und von sich was zeigt und sowas. Und sie hat ja ihr eigenes Portal, so dieses Onlyfans-Portal, wo sie auch ihre Klientel hat, mit denen sie im Prinzip Inhalte oder was weiß ich macht. Von sich was zeigt, ja. Und wie weit sie geht, weiß ich nicht. Aber sie hat halt gesagt, da sie schon immer Comic-Künstlerin ist, will sie das also auch da ganz klar mit präsentieren. Das macht sie. Das ist im Prinzip, eigentlich ist es fast schon eine Graphic Novel, wenn man so will, weil Graphic Novel lebt ja von dem, wie Menschen leben, aus dem Sozialgefüge heraus und das tut halt einfach die Erotik. Es ist sehr Disney-artig gezeichnet, also im modernen Stil, nicht alt, sondern modern gedacht, computerkoloriert, mit so Shading. Die Figuren sind schön dargestellt. Wie gesagt, hat so ein bisschen was Disney-artiges, vom Look her. Die Themen sind nicht stark anstößig, sondern das ist das mit dem, was sich heute jeder mehr oder weniger beschäftigt, weil... Selbstentdeckung, Selbstverwirklichung ist da mit drin im Comic. Ja, genau. Es geht auch darum, eine moderne Gesellschaft hat halt heute den Anspruch mit so etwas wie mit einem Dildo oder sowas einfach ganz alltäglich als Thematik umzugehen. Da wird ja auch schon in der Schule im Unterricht auf den Tisch gestellt und wird auch schon drüber geredet. Also, wenn man doch in der Schule schon mit Kindern drüber reden kann, dann kann man natürlich auch ein Buch machen, wo jemand sagt, das habe ich für mich entdeckt oder sowas. Es soll aber auch Scham nehmen. Vielleicht ist es gerade für Menschen, die Sexualität entdecken, weil das ist ja so eine Art Selbstentdeckung und das soll das transportieren. dass man also auch da jemand mitnimmt. Also, dass man sagt, das ist eigentlich der Einstieg in die Erotik. Wie war es das mit dem Jan Krehl? Hat es den nur so dazugerufen für die Textgebung oder schreibt der da auch die Storys, weil er jetzt ja da mit drauf steht? Der Jan Krehl schreibt... Der schreibt die Storys. ... schon... Er schreibt immer für sie die Storys. Der hat im Interview... Ja, aber er hat jetzt gesagt, die Idee von ihr, weil Jan ja das nicht durchlebt, weil sie... Es hat ja ein bisschen was Autobiobacht. Genau, das habe ich gemeint. Bei den Dialogen hat er natürlich einen großen Anteil. Aber er ist quasi der Dialogautor, wenn man das so wiederum von der Begriff nicht kennt. So, da oben drüber ist dann Erste Male, als Beispiel hier abgebildet, Erste Male ist das, was es auch wirklich sagt. Da geht es darum, dass die erste Liebe, die erste sexuelle Liebe und das ist so quasi wie ein... Ich bin das erste Mal verliebt, aber eben bezogen in der Rote. Ich habe das erste Mal sechs. Also es geht um den sechs. Verschiedene Künstler. Verschiedene Künstler. Und alle machen das. Das ist mal ganz süß und mal ein bisschen härter und was weiß ich. Aber einfach nur, wie jeder das empfindet. Und das zeigt halt so einfach zehn Wege zum ersten Mal und jede dieser zehn Wege variiert ist anders. So, dann haben wir... Was habe ich hier gesehen? Die Dings... Also relativ erfolgreich ist jetzt die Göttin und das Maison Fleury. Maison Fleury ist so mehr oder weniger in einem Krimi-Milieu. Das heißt, das passieren Geschichten, Morde, Erpressung, aber alles rund um das Milieu von diesem Maison Fleury, also was ein Bordell ist und da wird das halt verwoben. Mord an Prostituierten oder sowas ist zum Beispiel, was weiß ich, politische Intrigen rund um das. Das ist dann im Prinzip das Thema. Also da ist es im Prinzip so Richtung Krimi. Die Göttin ist mehr so Fantasy. Da geht es also darum, dass man mehr oder weniger so astral sowas erlebt, dass man also praktisch in der Fantasiewelt aufgehen kann von der Erotik. Das andere sind ja die Klassiker, was wir ja hatten, wie Krebswax ist ja bekannt. Die Göttin ist dieselbe Autorin wie das Volk der Nebel. Das eine ist ein anderer Zeichner, glaube ich. Das andere sind, glaube ich, dieselbe Autorin. Ja, also auch diese tatsächlich mischen ja in der Erotik sehr viele Frauen mit. Also das ist ja mehr oder weniger, sag ich mal, also jetzt auf die neuen Titel, das ist fest in denen ihre Hand. Absolut. Ich kenne jetzt so Kinkerlitzchen inhaltlich, weil ich das halt gelesen habe für das Interview, aber gerade da würde ich konkret sagen, dass es natürlich grundsätzlich für jede Person geeignet ist, die sich für das Thema interessiert. Aber ich denke, dass auch Frauen aus ihrer Perspektive da viel rausnehmen können, eben weil es auch von der Autorin kommt, dass immer so Perspektiven sind, die tendenziell aktuell eher noch unterrepräsentiert sind und deswegen wäre das auf jeden Fall auch eine Zielgruppe für Kinkerlitzchen. Das kann man schon so sagen, denke ich. Aber es ist vor 20 Jahren unterrepräsentiert. Heutzutage kommt es jetzt nur neu auf den deutschen Markt, aber es gibt es ja in Frankreich schon eine Weile, in Holland schon eine Weile. Also es ist ja schon da. Im Vergleich ist es unterrepräsentiert doch. Genau, also Splitter ist jetzt 18 Jahre. Splitter ist volljährig geworden und jetzt traut sich Splitter an die Erotik. Fantastisch. Also ich sehe das ja so einfach in der gesamten Tradition. Man kommt, also das war damals, und der Splitter Verlag hat ja im Prinzip, wenn ja auch den alten Splitter Verlag als Namen, als Tradition hat, aber das wiederum hat ja die Tradition, da würde ich jetzt als erstes den Volksverlag nehmen. Ja. Dann nehme ich im Prinzip Schwermetall, Metall, einfach als Befreiungsschlag der Künstler. Und dann war es ja auch so, dass mehr oder weniger Schwermetall immer Science-Fiction, Fantasy und Erotik, das war ein Gleichklang durch die Dinge. Und da kommen so Namen wie, Crepa war ja auch drin, Kasa war drin, die einfach da verschiedene Erotiktitel drin hatten, also auch wo Sex explizit gezeigt wurde. Und ich sehe das ja immer so in einer übergeordneten Ebene. Wenn wir in den 80er Jahren, ich war froh, wie diese Zack-Ära dann zu Ende ging, der Ersatz für jemand, ich war damals eben gerade 18 geworden oder so, und dann wäre für mich ja kein Zack-Zwei der Ersatz gewesen oder zurückzufixen, Foxy oder was weiß ich, da musste was her. Und genau das war ja die Zeit von Schwermetall, die da genau kam. Mit dem eigenen Erwachsenwerden wurden auch die Comics erwachsen. So, jetzt ist es halt damals und das ist ja so, wie Crepa, Manara, das haben damals die Männer gemacht. Und gut, dass sie es getan haben, dass es nämlich diese Rebellion gab, aber dieses Aufstehen, dieses Aufgebärden der Künstler und nicht nur Kinder-Comics und was weiß ich, so ein Erwachsenen-Comics zu machen und auch später ist ja 15 Jahre lang immer im Katalog stand immer Comics für Erwachsene. Wir haben das mittlerweile weg, aber 15 Jahre lang stand das immer nebendran. Also auch da wieder, wo kommt die Tradition her? Wir haben keine Kinder-Comics wirklich vom Ursprung her gemacht, von der Idee her, waren das immer erst einmal Erwachsenen-Comics. Und das war ja der Sprung, den die 80er-Jahre gebraucht haben. Das gab es auch parallel im Film, also das ist jetzt nicht irgendwie eine Entwicklung, die nur mit dem Comic zu tun hat. Aber ich empfand diesen Schritt wichtig und wir sind jetzt da angekommen und das ist das, für uns ist das auch deswegen Material, was wir sehr, wie soll ich sagen, ohne Rückhalt, wie soll ich sagen, nein, nicht Rückhalt, ohne irgendwie einen Abstand zu suchen. Wir kaufen dieses Material bewusst ein, weil wir sagen, jetzt ist auch Zeit, dass Frauen Sex und Erotik darstellen. Also ganz speziell, dass es auch Künstlerinnen sind. Macht die Sache für mein Gefühl sehr viel einfacher, dass man jetzt nicht irgendwo noch 20, 30 Jahre die Geschichte wiederholt, sondern dass man wieder so next step ansetzt. Ich würde das nicht so wichtig machen, wie die sexuelle Revolution der 80er, aber dass Frauen die Erotik erobern ist ein neuer Trend, kann man auf Onlineportalen genauso sehen und wenn Frauen sich dann so sehen, dann ist es noch wieder die Diskussion der letzten 20, 30 Jahre, die sich damit auch wieder erübrigen. Früher konnten das halt Frauen nur innerhalb von ihren Frauenclubs unter sich austauschen, weil ansonsten wollten die Männer immer gerne auf jeden Fall sagen, wo es lang geht und wie es richtig ist und jetzt trauen sich auch mal die Frauen zu sagen, wo es lang geht und wo es richtig ist, wie man es gerne möchte. Es ist ja einfach auch viel glaubhafter, viel authentischer, wenn ich weiß, es kommt von einer Frau, die unter Umständen selbst solche Erfahrungen gesammelt hat und da von sich meinetwegen teilautobiografisch erzählt, ist doch viel glaubhafter und wahrscheinlicher und das lese ich doch viel eher als irgendeine fiktive Frau, die unter Umständen weder anatomisch noch charakterlich der Natur, der Wahrheit entspricht, finde ich diesen Trend absolut nachvollziehbar. Also der Kripater, vielleicht ein Gegenbeispiel, der hat die Geschichte der O, die nicht von ihm erfunden ist, sondern er hat es als Comic umgesetzt, wo in dieser Geschichte erfunden, eine Frau gerne, war das eine Frau? Ich hoffe, wahrscheinlich, oder? Ein Mann wird keiner gucken. Die hat sich halt selbst gewünscht, als Sklavin ausgebildet zu werden im sexuellen Bereich. Er scheint auch bei Splitter. Wer sowas lesen will, kann das gerne lesen. Es sind sehr viel dünne Linien und sehr viel weiß bei Kripater. Es ist ein angesehener Künstler, der irgendeinen Status hat, aber ich glaube, dass die modernen Leser weniger den Kripater wählen, sondern die anderen Sachen und dass der klassische Leser, der jetzt seit 20 Jahren die Erotik ein bisschen vermisst hat, sich vielleicht an den Kripater erinnert und den früher Scheiße fanden heute gut findet, weil er vielleicht gereift ist im Wahrnehmen des Lesers. Ach, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe nochmal reingebreddert. Das Werk ist für mich noch nicht so gereift, dass es mir gefällt. Ich wollte sagen, der Stil hat sich auch nicht geändert. Nee, das ist nicht sehr komisch wie damals. Aber was Frauen und Erotik betrifft, also schon vor 25 Jahren hat ja die Giovanna Cassotto ihre eigenen Comics gemacht, die auch beim Bundespakt dass du ähnlich sehen kannst, wie mit der Marisanne jetzt. Und die war ja damals ja immer, das war ja mit dem Grund, warum wir dann irgendwann das Zack gegründet haben, weil wir alle so besoffen waren, wie wir bei der oben standen, der Hitze in Erlangen, um unsere Signier-Zeichnung zu bekommen von ihr. Aber sie hat das halt auch schon die ganze Zeit gemacht. Das war aber auch immer nur in so kleinen Verlagen, das war Volksverlag, der die mal rausgebracht hat, hat aber auch hier in Deutschland nie den richtigen Boom gebracht. Aber das finde ich, das Bild muss man noch ein bisschen ausmalen. Also es gibt den Comics-Salon, da gibt es verschiedene Stände und von der Zeit, wo er redet. Der Stadt war ja unter dem Dach, die Treppen hochlaufen. Also der Stand selbst hatte eine eigene... Dann standen sieben, acht Leute auf der Treppe. Dann war oben der Stand, da saß sie mit ihrem damaligen Lebensgefähr, der auch Comic-Zeichner ist oder war. Und auf der anderen Seite gehst du nachher wieder runter, ja. Innerhalb dieses Standes, du kannst zum Beispiel bei ihr, das war ja früher alles in dieser Halle und in der Halle gab es auch einen ersten Stock, da kannst du von oben drauf gucken und innerhalb des Standes musst du die Treppen hochgehen und oben hat sie gesessen und erkennst du sie wieder, wenn du den Comic von ihr gelesen hast? Die sieht genauso aus. Die sieht genauso aus. Das war in Erlangen oder woanders? In Erlangen war das. Das heißt, sie war die arme Person, die einzige von fünf Frauen auf dem ganzen Salon und da ist natürlich aufgefallen und es gab riesige Schlangen. Richtig? Ja. Also es war eine Comic-Zeichnerin, die hat Erotik-Comics gezeichnet, wo sie sich selbst zeichnerisch dargestellt hat. Du konntest auch den einen Band von... Die Hotelkosten waren wieder drin. Wie hieß diese Kunst der Comics oder was? Irgendwie von Alpha, von irgendwie von, keine Ahnung, irgendein Verlag war das damals so ein Unterlabel und du konntest den Band subskribieren. Also heute wird man sagen, man macht ein Crowdfunding. Damals konntest du halt schon Geld reinstecken. Dann wurde dein Name vorne mit reingedruckt. Das heißt, gesponsert von oder so oder diesen Band mögen oder was weiß ich, wie sie das immer reinschreiben. Aber die Frau hat das aus freien Stücken gemacht, sag ich mal. Also es war in Bedürfnis, das Problem so zu machen und Alleinstellungsmerkmal... Dann musst du dir vorstellen, Erlangen ungefähr 40 Grad. Damals nur Männer. Nur Männer, die in dieser Reihe standen, da haben sich halt Leute kennengelernt. Und dann ging es darum, wer holt das erste Bier und dann haben wir, glaube ich, vier, vier halbe Maß haben wir schon getrunken gehabt, bis wir bei dir oben waren. Und keiner musste auf Toilette gehen, es ging alles so hoch. Dann musst du ja zwischendrin wieder runtergehen, weil du hast für jede Zeichnung eine halbe Stunde ungefähr gebraucht. Also da konntest du Bier trinken, konntest dich pinkeln gehen, konntest du wieder hochgehen. Also das war schon, war ein sehr ergiebischer Tag. Also leider, wenn man auf die Heuzeit geht, ist es uns ja nicht gegeben, jetzt zu wissen, wer jetzt die Lesergruppe überhaupt ist. Vielleicht sind das auch überwiegend Frauen. Dann wäre das ja sowieso eine runde Sache, weil man ja Comics von Frauen für Frauen konzentriert hat. Ja, ja, war ich schon, genau. Keine Zielgruppenanalyse, ihr wisst nicht, wer die Comics kauft. Nee, wie sollen wir es rauskriegen? Da ist kein Apparat vorhanden. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht zielgruppenmäßig jetzt sagen, ich kann nur sagen, wo ich was verkaufe oder in welcher Abteilung, aber doch nicht, wer es kauft. Na gut, du könntest zum Beispiel von den Namen Dinge ableiten, wenn die Leute online bestellen. Du könntest vielleicht bei Amazon irgendwelche Auswertungen fahren, keine Ahnung. Nee, das machen die nicht. Also das ist ja das, was mich persönlich auch am meisten immer stört, weil ich praktisch immer nur ein Halbwissen habe. Ich weiß immer, wie geht das so, aber wie geht das auf die einzelne Person bezogen? Da gibt es keine Analyse. Also es werden sowas mit Sicherheit gemacht, Studien, aber mit Sicherheit nicht wiederum für Comics und nicht in diesen Auflagen, für die wir da sind. Da sucht man sich andere Titel raus. Da hast du den besten Überblick bei einer Messe halt. Wenn du bei der Messe, wenn die kommen und sagen, ich kaufe das, dann siehst du schon. Oder in einem Geschäft. Oder in einem Laden. Oder in einem Ex-Abteilung dafür hat. Ich weiß ja nicht, ob jetzt schon Thema wechseln, aber nur als Beispiel, das war das größte Überraschung, war Leipzig dieses Jahr und letztes Jahr. Letztes Jahr sind wir gestartet mit der Serie L. Das ist dieses Mädchen, was in verschiedenen Körpern, dieses Kleine. Und das war in Leipzig unser bestverkaufter Titel. Der lag halt vorne auch am Tisch, am Stapel. Der ist also wirklich sichtbar von Minute zu Minute immer wieder abgegriffen worden. Und im Handel hat es erst mal gar keinen interessiert. Und jetzt, nach einem halben bis einem Jahr, jetzt sind wir überall in Nachauflage, jetzt hat sich das so rumgesprochen. Auch wieder eben von Mädchen für Mädchen, so in der Richtung, dass man praktisch sagt, das ist eine moderne Art, eine moderne Klientel. Ich kann auch gleich was holen zum Reingucken. War im letzten Jahr noch ausgestellt, eben hier in Brüssel, im Comic-Museum. Wie heißt es, Marschel? Das große Comic-Museum in Brüssel? Ja, Herr Schee. Das große Comic-Museum in Brüssel. Da war L noch ausgestellt. Was war denn, wie das Ding heißt? Timon Strobi-Mossage. Aber es sollte jetzt noch nicht weggehen, also falls die Erotik noch Thema ist. Ich glaube, dass ich jetzt von dem Thema da durchsinnere, bevor wir vielleicht auch eine Pause machen, würde ich nämlich tatsächlich gerne mal ein Thema, das ich noch auf dem List, ihr habt, noch mit einbringen, weil es gerade so gut passt. Ich habe jetzt hier gerade drei verschiedene Comics liegen. Die sind bis auf eins alles, glaube ich, nicht von euch. Nämlich die Frage des Formats. Splitter ist ja ganz klassisch ein Albenverlag. Das heißt also, bei euch erscheinen die Comics im Hardcover, im Regelfall alle in derselben Größe. Max hat im Interview gesagt, die sehen im Schrank alle extrem gleich aus. Man weiß sofort, was das für ein Verlag ist, wo die herkommen, auch vom Design, das alles, sag ich mal, ein Format. Und das ist ja gleichzeitig vielleicht auch Segen und Fluch zugleich. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, und wir hatten jetzt eben zum Beispiel auch The Boys angesprochen, dass man in der Formatfrage vielleicht auch ein bisschen variabel sein könnte, wenn man auf ein aktuelles Zielpublikum spricht. Ganz aktuell erscheint etwas, was meines Erachtens die deutsche Mark schon lange gebraucht hat, nämlich kleine Comics. Comics, die so ein bisschen in Richtung Manga gehen. Wir sehen das beispielsweise eben in der Größe von Manga. Wir sehen das bei Dylan Dock in Italien. Wir sehen das aktuell auch in diesen kurzen kleinen Sachen, die bei DC erscheinen. Auch die haben so eine neue Comic-Variante. Das sind gesammelte Issues, also schon Sammelbände, aber eben kleiner, günstiger damit eben auch. Und wir sehen das jetzt ganz aktuell auch bei Panini, die The Boys in einer neuen Edition rausbringen. Das sind 300, 400 Seiten für 15 Euro oder so. Alle recht klein. Und das sind Trends, die ich denke, gerade zu erkennen glaube und mir sehr gut vorstellen kann, dass das etwas ist, was auch dem deutschen Comic insgesamt gut tun könnte. Deswegen, Horst, auch an dich mal die Frage, so kleine Comics, eben so ein bisschen deutlich günstiger natürlich auch produziert. Ich möchte sie mal als Einweg-Comics bezeichnen, eben nichts für den Sammler, sondern eher für den Leser. Ist das nicht was, was der deutsche Markt vielleicht eher braucht und ist das nicht vielleicht was, was auch Splitter gut zu Gesicht stünde? Also wir kalkulieren und rechnen die Comics ja durch wie eine Art Produktschiene. Wenn wir sagen, also wir haben etwas, ein bestimmtes Programm, dann ist das ein einheitlicher Preis, eine einheitliche Erscheinung und dann sollte es halt auch für Jahre funktionieren, damit die Erwartung auf der Leserseite auch dem entspricht, also das, was er bekommt, ist auch das what you see is what you get. Und wenn man da jetzt davon abweicht, dann gibt es ja praktisch begeisterte und enttäuschte Gesichter. Und das hat es ja schon auch in den letzten 20 Jahren immer wieder als Beispiele gegeben. Es gibt ja auch immer Verlage, die zum Beispiel eben so klassisch, und wir sind ja zu 80 Prozent im Albenbereich unterwegs, der Content bestimmt ja für mein Gefühl das Format. Und wenn ich zum Beispiel eben so eine klassische Vierer-Panel-Teilung habe, warum soll ich daraus jetzt ein A5-Büchlein machen? Und die Verlage, die das immer auch gemacht haben, es gab ja was weiß ich immer, die FATS-Edition, die Bild-Edition. Eben, genau. So schlimme Verkleinerungen. Jetzt ist es ja die Frage, was sollen wir uns da reinholen, wenn wir im Prinzip, sage ich jetzt einfach mal, eine Hälfte Begeisterung der Kunden haben und die andere Hälfte ist enttäuscht. Dann haben wir die Hälfte der Kunden verloren. Das heißt, weil wir, die begeistert sind, hätten es auch anders da gekauft. Also die sind ja nicht begeistert, nur weil es klein ist, sondern die sind auch noch begeistert und die anderen springen ab. Das heißt also, ein kleines Format muss von Konzept, von der Idee bis zur Umsetzung so konzipiert sein. Und dann machen wir kleine Bücher. Wir haben ja kleine Bücher und genau das ist halt zumindest in dem Segment, wo wir unterwegs wird das auch ganz wenig angeboten. Wenn wir jetzt ganz viele kleine Bücher angeboten bekämen, gäbe es wahrscheinlich auch mehr davon auf dem Markt. Es gab ja früher auch Taschenbuch, also jetzt mal wirklich zurückgedacht in die klassische Historie, 60er, 70er Jahre. Da gab es ja von vielen Albenserien auch Pocket-Ausgaben. Die wurden dann ummontiert. Das war teilweise grausam. Da wurden dann Bildrente abgeschnitten oder dazugefügt. Aber es wurde ja auch welche dafür produziert. Ja. Und wenn das dafür produziert wurde, jetzt nehmen wir mal ganz einfach den Erfolg von den lücklichen Taschenbüchern. Bei Disney ist mittlerweile, also Herber ist mittlerweile, oder Egmont, ist mittlerweile die Taschenbuchreihe erfolgreicher wie das Magazin. Ja. Und das kleine Format. Aber es wird dafür produziert. Genau, das Material muss ich auf jeden Fall anbieten. Deswegen sage ich auch, es sollte keine ausschließliche Veröffentlichung in diesem Format sein. Es sollte eine zusätzliche Veröffentlichung sein. Also Zweitverwertung, von der wir vorhin auch schon gesprochen hatten. The Boys ist bei Panini ja auch ursprünglich in den großen Formaten erschienen und kommt jetzt in dieser kleinen Format. Bill & Dog kann ich jetzt nicht so einschätzen unbedingt. Bill & Dog ist immer für das Format. Bei Walking Dead, die haben es ja genau andersrum gemacht. Die sind ja aus dem kleinen Format in das große was auch immer Format gegangen, Compendium dann. Da haben sie es ja genau andersrum gemacht. Also ich rede mehr so von einer Zweitverwertung, um eben Menschen, die halt eigentlich schon immer mal Lust hatten, sich meinetwegen, ich kenne jetzt die Inhalte nicht so gut und ich werde es mir vermutlich nachher mitnehmen, Dune unbedingt mal lesen wollten, aber vielleicht jetzt keine Lust hatten auf den 30, 40 Euro Hardcover, sondern das mehr so für die kleine Gute-Nacht-Lektüre gebrauchen könnten. Gibt es da nicht Themen, die man, oder Material, das man auch in so einer Zweitverwertung benutzen kann? Ich will es nicht absagen, als Grundsatz zu verstehen, aber ich sage es mal trotzdem erst mal ab, weil tatsächlich haben wir ja eine ganz einfache Entwicklung und die hat sich auch komplett einetabliert. Der klassische Leser, der seinen Stoff auch mal ein kleiner oder billiger leichter haben will, der hat das heute auf dem E-Reader und der bestellt das Album fürs Wohnzimmer und den E-Reader für den Urlaub. Der hat dieses kleine Taschenbuch in digitaler Form. Der würde es sich nicht als kleines Taschenbuch zum Beispiel eben für die S-Bahn, U-Bahn, man hat das immer gesagt, aber jeder von euch ist schon mal eine S-Bahn gefahren. Wie viele Menschen haben Taschenbuch und wie viele haben Handy in der Hand? Also ein Smartphone. Ich habe das Taschenbuch in der Hand. Das ist Album in der Hand. Also von 100 Leuten haben 99 ein Smartphone in der Hand. Und recht viele, gerade im jungen Alter, haben aber auch den Manga in der Hand und der geht ja in die Richtung, die ich meine. Ja gut, aber das ist ja dafür gemacht. Das ist ja wieder das, was ich gesagt habe. Wir würden ja jetzt keinen Manga rausbringen auf Albenformat aufgeblasen. Das heißt, wenn wir Mangas machen, machen wir dann auch in Zukunft kleinere Bücher. Aber das ist, wie gesagt, das ist der Content, der das bestimmt. Aber mit dem, was wir jetzt im Programm haben, daraus eine kleine Schiene. Das fragt auch keiner wirklich danach. Auch wenn wir es mal gemacht haben. Es ist nicht so, dass wir, wir haben ja manche im Bookformat als Album und Book gemacht. Die Alben haben sich immer besser verkauft. Also ich will es jetzt nicht auf 100 Prozent, aber sagen wir mal auf 90 Prozentigkeit. sind wir ins Großformat gegangen. Wir sind auch abgestraft worden. Das wäre in India Dreams zum Beispiel hatten wir in Kleinformat erst. Und dann haben wir es später als großes Album nachgeliefert. Wir sind dafür gefeiert worden, weil das einfach das Material braucht man. Das wäre vielleicht auch eher was für einen Zeitschriftenhandel. Findet ihr da eigentlich statt? Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Das geht ja darum, du belieferst ja einen bestimmten Markt. Wenn du jetzt sagst, du redest von anderen Konzepten, was wir ja mit den Schlimmen gemacht haben, als Kiosk zu gehen und sowas. Das ist ein ganz anderer Markt und dieser Markt funktioniert zumindest jetzt mal für den mittelständischen Verlag im Moment gar nicht. Weil das ist, du bräuchst einen eigenen Vertrieb. Du bräuchst eine Inhouse-Situation, in der du sagst, ich habe eine Vertriebsschiene und dann lasse ich dieses Comic mitlaufen. Das ist das, was du bei großen Verlagshäusern hast. Wenn du sagst, ich habe eine Schiene und in dieser Schiene läuft das Produkt. Wir müssen das alles für diesen einen Markt generieren oder halt eben Partner, Geschäftspartner an Bord holen. Das ist so teuer, das ist so aufwendig, dass wir mit den Büchern nichts verbieten. Sie werden nicht, also ein Taschenbuch, jetzt mal bezogen auf ein Album, sagen wir mal, ein normales Album kostet bei uns jetzt in der Startpreis ist so jetzt die 15 Euro oder was. Dasselbe Ding als halb so großes Taschenbuch müsste im Kiosk heute genauso 15 Euro kosten. Das würde kein Cent billiger sein, weil der Markt viel aufwendiger ist, viel schlechter funktioniert, viel größere Emissionsquote, wird sehr viel davon eingestampft von dem Material. Und das haben wir ja im Buchhandel, nicht in diesem großen Anteil. Ja, das hast du jetzt hier stehen dann. Die Frage ist, guck mal, wenn ich gehe jetzt zum Beispiel, ich sag mal, in Kaufland bei uns, dann haben sie ja normal die eigentliche Kioskware, aber es stehen zum Beispiel die Hefte von Zaubersternen drin, also Phantom, Flash Gordon, Mikros, wie heißt die, Van Helsing oder sowas. Die in der 4-Comics machen wir ja ziehen. Da wird Strecken, die kriegst du sogar im Kaufland, wie es eigentlich ja sein sollte. Ja, und das sind ja auch kleine Verlager, also die müssen es ja auch irgendwie gewuppt geben. Oder der eine, der Wiel, der den Grafiker macht, ja, wo die uralten Sachen drin sind vom René Lehner und vom Bert Nuttke und so, ja. Und die verkaufen sich scheinbar aber trotzdem. Ja, es gibt ja auch Lizenzgeschäft als anderen Ansatz. Wir sind, sage ich mal, in der Gegenwart. Wenn wir eine Lizenz kaufen, dann kaufen wir Material, was entweder eine lange Historie hat, aber aktuelles Material. Also 90 Prozent von dem, was wir haben, erscheint ja auch. Also wir sind nicht der Verlag, der jetzt irgendwo in der Historie mal was ausgräbt und was weiß ich, kaum vor, aber es ist die absolute Ausnahme. Aber in der Regel veröffentlichen wir ja Material, wovon Künstler heute aktuell leben. Ich nenne uns ja auch immer Autorenverlag. Wir sind von Autoren, der und ich sind Comic, Autoren, Künstler und Zeichner und haben als Autorenverlag das auch gegründet, haben auch möglichst viele deutsche Künstler und Autoren an Bord. So viel wir halt hinbekommen, technisch. Das haben wir weniger geworden in der letzten Zeit, oder? Habe ich so das Gefühl. Unsere Künstler haben in letzter Zeit weniger geliefert. Wenn ich die laufenden Verträge nehme, glaube ich, haben wir noch nie so viele Verträge gehabt. Der Außenstehende. Also da kommt nichts bei. Nicht immer alles, was da irgendwo mal gebucht ist, erscheint dann zu dem Termin und so. Aber es ist einfach, wir haben ein Kontingent. Bei uns kann man immer, also wir legen immer, von jedem, ich sage mal, lizenzierten, sprachlizenzierten Buch, legen wir immer einen gewissen Backstisch zur Seite und der wird im Prinzip für deutsche Eigenproduktion gemacht. Das machen wir schon von Anfang an. Und das wollen wir auch aufrechterhalten und das gibt es auch Künstler, für Künstler die Chance, die sonst eigentlich nie unterkommen würden in dem Sinn. Und das wäre im Sicherheit auch gerade so jetzt wie Marisan und sowas. Das an den Verlag zu verkaufen, der das in Auflage produziert, ist eher unwahrscheinlich. Aber da wir im Prinzip mit Marisan schon andere Bücher gemacht haben und auch sagen, dafür sind wir auch da. Es muss ja nur auf der anderen Seite der Künstler letztendlich auch wissen, das weiß die Marie ja auch, dass sie von diesem Buch zum Beispiel halt auch nicht leben kann. Das ist also dann wieder so ein Gesamt-Agreement, dass man sagt, das ist ein Buch, das macht Sinn, aber du würdest mit gemessen an deinem Aufwand, an den Zeichnungen, ein halbes oder ein Jahr Arbeit, das kann der deutsche Handel nicht erwirtschaften. Selbst wenn wir in 8.000 Verkaufsstellen drin wären, also jetzt mal so ganz salopp gesagt und überall ein Buch verkauft haben, haben 8.000 Bücher verkauft, von 8.000 Büchern, jetzt hauptberuflich, kann man nicht leben. Da muss man entweder eine internationale Vermarktung haben, als Format, dass man sagt, ich bin in fünf oder zehn Ländern drin. Man muss auch gute Sachen, also für uns das Gegenkonzept wäre jetzt halt der Ingo Römmling mit dem Malcolm X, der auch noch nicht nur von Malcolm X leben kann. Aber wo wir wenigstens sind, weil zwei, drei Länder und die Verkaufszahlen irgendwo sagen können, es gibt einen Benefit und es ist, das ist für mich ganz wichtig, wir sind in einem Segment, in dem ein Künstler seine Stellung kumulativ angelegt hat. Der steigt ein und nichts anderes als diese alten, das muss ich immer wieder betonen, die alten Superstars, die halt überall gefeiert werden mit ihren großen Einkommen, die haben alle mal klein angefangen vor 40, 50 Jahren und haben sich die Füße in den Verlagen platt gerannt und irgendwann mal, weil das, ich will jetzt nicht die nächsten 30, 40 Jahre vordefinieren, weil wir sind, wir reden ja nachher nochmal über KI und was weiß ich, über diesen Wechsel in den Zeiten und sowas, aber grundsätzlich, wenn ich die letzten 40 Jahre nehme, das hat sich kumuliert. Wir bringen ja von Künstlern das neueste Material und das, was wir vor 40 Jahren gezeichnet haben, heute nochmal, ja genau dasselbe noch einmal wie damals. Da gab es also jetzt über 40 Jahre. Dieselben Leute, die das kaufen, die das vor 40 Jahren schon gekauft haben. Ja, das können dieselben Leser sein, das können auch neue Leser sein, aber es ist etwas, du musst das als Kumulation deines Lebens sehen, du arbeitest an deiner Genese als Künstler, wirtschaftlich jetzt gesehen und da ist die Lösung nicht innerhalb von 1, 2, 5 Jahren oder innerhalb eines Buches zu finden. Die Lösung ist in dem Konzept, wie du dich als Künstler vermarktest zu sehen. Ja, aber ist es dann nicht heute so, dass die Künstler, diese jungen Künstler, sage ich mal, die zwar bei euch die Chance kriegen, das Buch zu veröffentlichen, dass die über Social Media schon viel mehr Verbreitung an sich machen? Dass die dann auf ihrer Webseite zum Beispiel, die Marisanne zum Beispiel, sagen würde, hier das Buch ist draußen, kauft und dass das dann über den Onlinehandel oder wie auch immer sich entsprechend auch verbreitet. Das ist ja grundsätzlich. Denke ich, das ist doch heute bei den Zeichnern, bei den heutigen Zeichner-Generationen Gang und Gebe, oder? Dass die ihre Sachen schon irgendwo zeigen, auf, keine Ahnung, Facebook ist wieder veraltet, was weiß ich, was es alles gibt da heute. Also, die Authentizität eines Künstlers ist immer mehr wert, als das, was ein Verlag sagt. Das heißt, wenn wir gesagt hatten, vor 10 oder vor 20 Jahren, und schon vor 10 Jahren waren die Online-Medien ja fast wie heute, vor 20 Jahren zum Start von Splitter oder die Zeit davor, wir haben ja in der Branche auch vorher gearbeitet und haben gesagt, wir bringen ein Buch und dann machen wir 5 oder 10.000 Auflagen und Flyer und dann reden wir über dich oder was weiß ich. Das ist ja alles vorbei. Da können wir 10, 20.000 lang den Flyer irgendwo auslegen, messen. Das ist kein Geschäft mehr. Das kommt in die Mülltonne. Die Leute interessiert das nicht mehr. Das geht heute über die Online-Medien und wenn du diesen direkten Zugriff hast, auch in Echtzeit, dann ist ja genau das, was du hast. Online-Medien bringen die direkte Kommunikation. Also wenn ein Künstler sich heute einmal die Woche macht eine Talkrunde, hat sein Stream irgendwo, wo er seine neuesten Arbeiten zeigt, mit seinen Fans redet. Ich sage zu jedem Künstler, vermarkte dich selber. Nicht, weil ich die Arbeit mir sparen will, sondern ich habe nie den Erfolg wie der Künstler selbst. Er hat es im Griff und er kann auch später nicht, wie soll ich sagen, er kann auch später nicht irgendwo den Vorwurf woanders ersuchen, sondern er kann nur selbst sagen, habe ich es richtig gemacht. Es ist, man kann das gut und schlecht finden, aber es ist einfach Faktum, das gehört dazu. Die Selbstvermarktung, die Selbstpräsentation des Künstlers ist das halbe Geschäft. Das ist einfach ein Generationswechsel quasi. Der hat da schon komplett stattfindet. Als ich vorhin gesagt habe, wer sich gut verkaufen kann. Wir können ihn nicht gut verkaufen. Wir können über den reden, so top wie wir wollen. Wir werden nie den Erfolg haben, wie er selbst, wenn er es richtig macht. Wie damals Joshua Sauer zum Beispiel, nicht lustig. Den habe ich auch. Oder der Ralf Rote, da ist einfach alles richtig gemacht. Ja, oder jetzt international gesprochen, der DAF, der in ihrem Programm habt, im Thunfisch-Programm mit dem Unter den Bäumen, der macht einmal die Woche oder zweimal die Woche einen Livestream, wo er einfach Skrippels macht. Und das zeigt er seinen Followern und das kommt es sehr gut an. Ja, und das ist auch teilweise ein Grund, warum wir danach wieder zugreifen. Wenn wir sehen, dass jemand was tut, dann wissen wir eigentlich, er hat uns schon mal, ich sage jetzt einfach mal, 500 Bücher einfach mit seiner Art verkauft. Also jetzt unabhängig von der Qualität, die er da drin hat, sondern einfach nur dadurch, dass er da mitmacht. Weil ich meine, die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Also das heißt, man kann nicht, man produziert nicht in den leeren Raum rein. Wir haben einfach eine Online-Welt, die heute, ich sage jetzt mal, 99 Prozent des Tagesgeschehens ausmacht. Selbst die Tageszeitung hat keine Stellung mehr. Weil ganz normal, wenn ich mal eine Zeitung hier sehe, ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt noch abonniert habe. A, lese ich sie kaum noch und B, sie hat nichts mehr. Was war gestern? Was war vorgestern los? Das wissen wir alles schon, was da passiert ist. Macht keinen Sinn mehr, wirklich. Ich hole die nur noch wegen dem Häker. Naja, so ist es im Prinzip. Die Welt ändert sich und wir ändern uns auch, denn mein Rücken, der will jetzt auf jeden Fall gerade mal eine Pause machen. Ich würde sagen, wir machen auch mal ein kleines Päuschen und starten dann die zweite Runde Pause von unserem Interview-Special hier beim Hotspocker. Pause. Pause. How was it?